Campo Santo präsentiert in Zusammenarbeit mit Panik in Boulder, Colorado 1975 Klapper, klapper, ich nehme Cappuccino du siehst Julia und alles was rot ist, müssen wir anklicken, damit wir weiterkommen sie ist ungefähr in deinem Alter Ende 20 sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder du, Henry, bist mit deinen Kumpels ein Trinken natürlich du gehst zu ihr, was auch sonst du bist betrunken also was ist dein Hauptfach oder du siehst gut aus du siehst gut aus antwortet sie unbeeindruckt du siehst nicht so gut aus du hast jetzt schon einen Kater was? entgegnest du ihr verwirrt? du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen sagte sie sie winkt einen Kellner heran eine Woche später seid ihr zusammen nice Rucksack nehmen okay Objekt benutzen linke Maustaste und jetzt? Fahrstühle sind ja eigentlich nicht so meins oh, okay gut wir sind wir sind in einer Tiefgarage und ich schätze mal ich schätze mal das ist unser Auto aber wer mich kennt der schätzt es dass ich erstmal ein bisschen rumgucke ob wir denn können wir ja eigentlich auch so raus ich, das warte mal jetzt ach so mein Auto ist da da geht's hoch das interessiert mich jetzt einfach mal ich kann leider nicht rennen oh, schade ist zu okay steht da was auf dem Schild? hier schütten wir hier oder sowas ich hätte jetzt ein Easter Egg erwartet oder irgendwas tolles na gut müssen wir wohl einsteigen ich glaube das ist momentan noch so ein bisschen die Vorgeschichte wir parken natürlich wie immer auf Parkplatz Nummer 5 weil der ist sicher ich merke gerade ich mache das ja hier ohne Facecam dass ich tatsächlich immer in die Facecam gucke wenn ich äh, ist auch egal ihr seid schon gut ein Jahr zusammen sie macht dich wahnsinnig es ist toll ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse eigentlich trinkt ihr überall Bier das Leben ist schön Julia möchte einen Hund da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle Julia verliebt sich sofort in ihn sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen es gibt auch einen bedrohlich wirkenden aber sanftmütig blickenden Schäferhund wenn Julia diesen Hund ausführen würde könnte ihr nichts zustoßen es ist ein imposantes Tier ihr entscheidet euch für den Beagle sie tauft ihn Bucket ihr nehmt den Schäferhund mit und nennt ihn Mayhem ich nehm den Bucket weil er hat ihr sie hat sich sofort in ihn verliebt also warum nicht warum nicht Bucket Bucket ist ein guter Hund nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach Julia liebt ihn du auch und das ist ja schön 1979 ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse es ist Sommer es ist halb 10 abends und die Betonwüste unter euch glüht noch immer immer noch was hältst du von Kindern? fragt sie Kinder? siehst du das sind die schrecklichen haarigen Biester nein die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze ich meine ob wir welche haben wollen ein paar kleine Dummköpfe das wäre schön dann sollten wir vielleicht heiraten ja das fände ich gut antwortest du unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein es kann nicht schaden wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind du findest sie halt vollkommen recht finde ich auch endlich angekommen Thoroughfare Trailhead das ist aber ein Zungenbrecher da musste ich mich jetzt echt konzentrieren deswegen hat es auch eine Weile gedauert das ist so voll nice dass wir so reinzoomen können und alles sehen hier Thoroughfare Basing Supply Drop Barefoot Point oder Bier Bier nee Bier Tooth Point ich hab's heute aber auch Mool Point Mitapi Meadow 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 John John Nesky Lake ja gut ich muss ja jetzt nicht alles vorlesen du nicht vergessen zu check in keine Feuer keine Feuerwerke Trailhead ist nicht recommended für Hikers index inexperiment also ach so okay der Trail also der Wanderpfad die Wanderhut ist nicht für für Fußgänger äh für für Wanderer ohne große Erfahrung ist alles schon ein bisschen Comic mäßig hier Fire Danger Extreme today Prevent for Forest äh Prevent Forest Fires was ist denn los heute so gehen wir mal zurück schön dass wir da auch mal geguckt haben ich find's immer gut wenn man dann doch in den in den Ecken noch was entdeckt ähm was man vielleicht nicht so entdeckt hätte wenn man guckt und der Typ sieht auch voll nach äh Fallout irgendwie aus oh oh Fallout Feuer hier ein Gästchen können wir irgendwas machen oder? Moment noch nicht wir gehen also wandern wir gehen wandern warum nicht schade 1980 es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit vier Stunden zu Hause sein sollen sie ruft nicht an du machst dir Sorgen und wirst immer wütender sie kommt nach Hause als du schon im Bett liegst sie ist nicht wirklich betrunken hatte aber offenbar einen schönen Abend ihr streitet euch als sie ins Bett kommt du wirst sauer oder ignorierst sie was ist jetzt die bessere Möglichkeit ich glaub ich bin so der kleine Schmollmund ich würde sie wahrscheinlich ignorieren in dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander am nächsten paar Tag plagen die Schuldgefühle weil du so wütend warst du fragst sie wie ihr Abend war toll antwortet sie du nimmst es ihr immer noch ein wenig übel du machst Kaffee und gehst zur Arbeit 1981 Julia zeichnet immer noch gerne sie zeichnet die Pflanzen die sie erforscht sie zeichnet alle Orte die ihr besucht sie zeichnet dich du spannst deine Muskeln an wie He-Man an du tänzt es herum wie ein Victoria's Secret Moodle ne He-Man du siehst toll aus natürlich ich bin He-Man oh die Farben gefallen mir die Farben gefallen mir aber ich mag oh der Sonnenuntergang der ist nice das ist gerade ich finde es sehr sehr beeindruckend gerade die Grafik es sieht echt aus wie wenn man durch einen Comic geht aber doch irgendwie realistisch und dreidimensional warte mal kann ich zurück ne da kann ich nicht zurück ok wir müssen weiter ich weiß nicht warum wir diesen Pfad lang gehen aber wie der Titel ja schon sagt Firewatch ich bin vermutlich ein Feuerwächter Feuerwachturm ha da haben wir es ja noch 13 Kilometer oh dann sollte ich mich vielleicht sputen ist schon ist ja schon äh die Sonne geht ja schon unter oder geht sie auf? ne ich würde sagen sie geht unter der Taste über die Hinternin zu klettern ok wunderbar 1982 an Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren in der Stadt ist ein Festival es zieht Besucher von überall an einer von ihnen versucht euch mit einem Messer auszurauben er tritt Bucket ba ba verdammt der Hund schreit Julia sie ist aufgeregt in Stresssituationen stottert sie schnell du stellst dich dem Angreifer entgegen du jagst ihn davon oder du polierst ihm die Fresse ich bin ja eigentlich eher ein ein ruhiger Typ der versucht alles möglichst irgendwie zu schlichten deswegen jag ich ihn einfach mal davon wie auch immer vielleicht hab ich gefurzt oder so du greifst in deine Tasche als hättest du eine Waffe du drohst ihn im Mund zu legen du schaffst es euch alle allen dreien die Angst einzujagen er haut ab Julia schlägt vor ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen du stimmst ihr zu hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen und daran spaziert die Handflussentwicklung 1984 eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere ist das alles so ein bisschen negativ wird das irgendwie Julia wird einen Job in Yale angeboten Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin sie möchte umziehen du auf keinen Fall du überredest sie das Angebot abzulehnen du bist einverstanden wenn sie pendelt naja pendeln ist ja irgendwie ein Kompromiss ich bin nicht so der Typ der gerne Leuten etwas aufzwingt du fragst sie ob sie pendeln würde ich frage mich gerade die ganze Zeit ob das vielleicht die Story beeinflusst wenn man hier je nachdem was man auswählt macht irgendwie Sinn ne oder kommt es immer aufs selber raus die machen vielleicht andere Szenen dann du fragst sie ob sie pendeln würde du möchtest nicht nach Connecticut ziehen sie sagt es würde anstrengend werden aber sie würde es tun wenn du nicht umziehen möchtest du sagst ihr sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wenn es das ist was sie möchte sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder 1985 Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt sie ist ausgerastet weil eine Kollegin sich Bücher von ihr geliehen hatte die sie für ihre Forschung benötigte sie konnte sich nicht mehr daran erinnern dass sie ihm die Bücher zwei Tage zuvor mit Freude geliehen hatte man fand sie weinend im Treppenhaus du findest ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden ihr macht Makaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen naja man kann ja mal was vergessen vielleicht ich ahne wo das hinführt es funktioniert ok ihr schaut euch Dallas im Fernsehen an und schlaft auf der Couch miteinander ne Motte wir verfolgen die Motte weg ist sie da ist sie wieder ja das dummliche Gefühl die macht das immer wieder ne jetzt ist sie weg ok anscheinend geht die Sonne unter und ich campiere hier kann ich die Motte ist immer noch da schön hier äh oh Tagebuch nehmen ja immer noch mein Ehering rum bin ich also doch verheiratet 85 da war ich ein T-Man Bucket wird langsam alt Julia findet es gut dass er beruhiger wird da er nun im Haus weniger anstellt eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück ich frage mich ob das Spiel jetzt die ganze Zeit so geht Julias Zustand verschlimmert sich sie kann nicht im Unterricht äh sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern ihre Forschung liegt in Scherben sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden sie ist am Boden zerstört sie wird dauerhaft krank geschrieben in manchen Tagen ist sie die Julia die dich als Trottel bezeichnet die dich als Trottel bezeichnet eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe in anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun sie zieht dich ins Bett um Liebe zu machen nach 5 Minuten gerät sie in Panik weil sie glaubt dass ihr Vater an der Tür steht du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit ihr Zustand verschlimmert sich immer weiter 1988 du verbringst deine Tage was du verbringst deine Tage damit dich zu Hause um Julia zu kümmern du zählst die Sekunden zwischen den zwei wöchentlichen Besuchen von Julians Pfleger Daniel er meint Julia sollte woanders wohnen damit sie rund um die Uhr betreut werden kann in einem Heim der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate du beschließt dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist du bist fest entschlossen dich selbst um sie zu kümmern können wir zurückgehen die Frage die ich mir natürlich stelle sind wir hier gerade runter gesprungen haben wir hier dann direkt kampiert oder was ich weiß es nicht ich glaube wir befinden uns immer noch im Intro oh das ist ja schick was mit dem Nebel da und das ist vielleicht gerade so vielleicht ist die Story so dynamisch dass sie jetzt durch die Art der Antworten aufgebaut wird oder so ich weiß es nicht das ist aber echt gut muss ich immer mal ein bisschen rum gucken er hüpft da weg oh ist unglaublich schwierig am schlimmsten ist es wenn du sauer auf sie wirst weil sie mal wieder versucht hat selbst zu kochen du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun wenn sie dich schlafen legt bleibst du noch ein paar Stunden wach trinkst auf der Dachterrasse im Sommer schaust du Baseball im Winter Basketball auch dabei trinkst du du verlässt nun öfters das Haus nachdem du sie ins Bett gebracht hast beim ersten Mal machst du dir Sorgen sie könnte aufstehen und herumlaufen während du weg bist stellst einen Stuhl für die Schlafzimmertür vertraust darauf dass sie tief und fest schläft du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligsten Ende der Pearl Street es ist nett dort nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Schäler an es hilft dir alles zu verarbeiten du kommst mehrmals pro Woche erst um ein Uhr nach Hause du freust dich auf diese Abende 1989 eines Abends gerätst du in Alkoholkontrolle du hast du über eine Probe und verbringst die Nacht auf der Polizeistation du überlegst es zu verheimlichen erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan sind mir jetzt schon zu viele Namen ehrlich gesagt Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos teile dir mit dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird du weil da sprichst nicht du willst sie bald besuchen ein paar Wochen vergehen der Sommer steht bevor du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung du nimmst den Job an betritt den Feuerwachturm und so sind wir also angekommen in unserer Feuerwache in Firewatch waren wir aber lange unterwegs 13 Kilometer hat nochmal den ganzen Tag gedauert weiß nicht wie lange man für 30, 13 30, 13 Kilometer braucht ich glaube das Spiel ist relativ open world ab jetzt das heißt man kann dann wirklich überall hingehen ich bin mir aber nicht ganz sicher deswegen gerade was ja kannst du drüber springen ach ja wie geil wir können auch da drüber springen Feuerwachturm Thoroughfare und der Mond steht still so gehen wir mal die Treppe hoch ich mag ja solche Türme ich mag auch Leuchttürme finde ich immer sehr gemütlich vor allem wenn dann oben irgendwie noch so ja so häuslich eingerichtet ist obwohl hier sieht es irgendwie gar nicht gemütlich aus hier sieht es ein bisschen ein bisschen verbarrikadiert aus okay Gasanschluss haben wir schon mal drin scheint auch Licht zu sein ist doch ganz gemütlich schalte den Strom ein ich schätze mal der hier ne Generatorschalter zack home sweet home haben keine Funkgeräten hier kontaktiere deinen Vorgesetzten per Funk linke Umschalttaste Funkgerät aktivieren Dialogauswahl mit der Maustaste hallo loslassen whoever this is it's Henry right yeah I'm Delilah yeah that's what the guy said on the phone so what's wrong with you excuse me people take this job to get away from something so what's wrong what's wrong with you that's a great idea go ahead look I just hiked for two days so I don't really follow whatever it is you're doing right now you take a stab at what's wrong with me fine then can I sleep forever sure buddy okay now go ahead antworten hm du hast drei Ehemänner umgebracht du rebellierst gegen deine Mutter zu Hause kann dich niemand leiden ich glaube sie hat drei Ehemänner umgebracht okay you've killed three husbands you're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again oh very good bravo Henry okay I sleep now not quite now you okay goodnight bye let's see I don't know anything about you but nine times out of ten folks out here simply got dumped huh is that it close goodnight goodnight welcome to the job brandwächter firewatch tag 1 goodnight Henry well I guess good afternoon you probably slept like a rock anyway there's still a few hours of daylight to get some work in I can see what you're asking so call me when you're ready so wir können ja das Funkgerät nehmen und antworten ich habe verschlafen na wenigstens ehrlich hey sorry guess I slept in you got a relaxing what 14 hours of sleep yeah Jesus I guess it's what 6 645 oops don't worry about it that hike puts everyone out of commission for a day or two but now that you're up let me quickly get you acquainted with the job there's a thing in the middle of your room with a round map on it do you see it yep cotton dish okay yeah I see it this is the Osborne Firefinder invented in 1914 by W.B. Osborne you used this to spot you guessed it fi what the fuck what is it nothing you you use this to fuck me good God language lady out your west facing window are you seeing what I've seen west end compass benutzen are those fucking fireworks what's west west is doch west oh ja 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 ich seh's äh melden wow that's not legal right uh no you need to get down there right now and stop them fire danger is through the fucking roof is that really my job your job is whatever I say it is look the closest ranger is like two days away go down there and set them straight okay wir müssen also hin und äh was soll ich denn machen soll ich meine Fäuste einsetzen kann ich ihnen ein Strafzettel ausstellen was mit Leuten kann ich nicht gut maß regeln mhm do I ride him a ticket easy there dirty Harry well get going you probably need a rope to get down the shale between you and the lake if I remember right there should be one in the supply box on the way the code is one two three four it's actually that for all of them okay äh sehr sicher praktisch klug äh praktisch that's one word for it okay wir müssen also ein Seil besorgen und dann die Schlingel da vom Feuerwerk machen äh abhalten ich soll den Kompass mal wieder weg stecken oh jetzt kann man sich hier erstmal jetzt muss ich mich natürlich erstmal hier Space Puffs hey ich glaub gibt's die wirklich oder zumindest so was ähnliches ähm jetzt will ich mal gucken was man hier machen kann man kann zumindest schon mal ne Menge Menge sehen ein Kochbuch man kann vieles in die Hand nehmen ich hab's gerade schon mal während des Gesprächs gemacht und dann hier so so drehen das ist sehr sehr nice gemacht das ist mal was anderes als diese diese 3D Animationen die man also wenn man in so Unity spielen oder so die die Spiele die Sachen aufnimmt ähm dann sieht's wirklich sehr cute aus wenn man da äh die Sachen immer so nimmt und so dreht und eigentlich gar keine Hand hat und so und hier hält er die einfach in der Hand find ich sehr nice Manly Thermos natürlich was sonst oh jetzt schmeißt er sie einfach weg ist aber nicht so gut Bücher kann man auch gucken na The Singular Mind oh Gott ne also lesen ist nichts für mich kann man die vielleicht ins Regal legen das ist ja geil also irgendwie wenn man man kann die so wegwerfen oder aber ich weiß jetzt nicht was der Unterschied ist wahrscheinlich einfach indem man da drauf zeigt wo man die hin haben will so erstmal Ordnung gemacht äh oh Smiley Können wir hier irgendwas machen wir müssen jetzt achso die Thermoskanne warte mal die war äh da ne anscheinend nicht wo fahrt die denn das ist jetzt der neuer Platz so äh wir sollen warte mal ich glaube wir können hier mit Tab können wir auch nichts machen wo lesen wie kommen wir denn jetzt nochmal an unsere Aufgaben an unsere Notes i immer auch n ist der Kompass wir müssen einfach hier rausgehen Tür öffnen ach er nimmt automatisch seinen Rucksack ok dann würde ich mal sagen Richtung äh Westen wir gehen erstmal runter und äh das war cool mit der Animation ähm wir gehen erstmal runter und suchen jetzt diese Versorgungsbox 306 Karte lesen ok Karte lesen Karte lesen Karte lesen Karte lesen 306 ok das ist wieder so ein Kartenleseding da fühle ich mich doch gleich wieder äh Cola zurück oh oh ok wir haben Marker wir haben einen Marker ach da Cash 303 Cash 306 ok wir müssen also Richtung Westen gehen das ist korrekt Westen ok den Weg Richtung Westen jetzt fühle ich mich echt wieder in äh in Cola zurückversetzt ok die Karte können wir erstmal wegstecken Genesee Lake 1,5 Kilometer nach Westen achso das Funkgerät haben wir auch noch mit können wir irgendwas sagen ob nicht wir gehen jetzt einfach mal den Weg lang genießen ein bisschen die Landschaft und gucken mal ob wir den die Kiste finden ich glaube die Feuerwerk Teufel sind immer noch da ja ja ich hör sie ich hör sie den werd ich gleich aufs Maul geben die können sich warm anziehen wenn ich ankomme die mal ordentlich spanken so schöne drüber Springanimation was ich übrigens auch nice finde neben der Hand die man so bewegen kann dass man auch einen Körper hat ich mag ja mag ich mag ja ich mag ja Spiele wo man einen Körper hat die sind halt realistischer ein Secret ein Secret geht's da wohl irgendwo hin oh wir sind aber ganz in der Nähe vom Cache äh äh was hier vom Cache da glaube ich das sieht danach aus 306 Versorgungskiste ich habe die Kiste gefunden ist vieler von dem Wald wie war noch gleich der Code ach komm einfach weil es so schön ist ok äh gibt es vieler von dem Wald so sind es viele von dem Wald ja wir haben sie alle über die Shoshone sie haben uns viel zurück und zurück von der Trailhide nicht all die guten Sachen ja all right nehme ich das gute Zeug ok oh great wie war noch mal der Code schade ich dachte sie macht mich jetzt an oder sowas na gut achso äh eins zwei drei komisch denselben Code verwende ich an meinem Aktenkoffer zack ja schmeiß es ruhig weg oh was haben wir hier Karte Informationen abschreiben mhm 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 zack Karte aktualisiert sehr gut was haben wir hier 7.86 Ron hey man guy good to take it so I locked this äh was ob es lockt oder put same stuff in the box found one of those bars you liked hiking into the park but let's get fucked when I'm back Dave Nachricht können wir nehmen können wir sonst noch was machen Notiz lesen ach guck mal auf Deutsch Herr Ron der Typ ist nicht klar gekommen also habe ich ihm seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan ich habe auch einen dieser Riegel gefunden die du magst ich wandere jetzt zum Park aber wir sollten uns volllaufen lassen wenn ich wieder da bin Dave ah sehr gut ich muss nicht übersetzen ich muss nicht übersetzen zack so ach ein Riegel altes Seil nehmen kümmere dich um das Feuerwerk neue Aufgabe die guten Sachen sollen wir nicht legen Hüsli Riegel ach komm den nehmen wir mit zack äh ach ne so ich dachte hier soll kein hey ein Snack wie geil ach schade wir können nichts mehr machen hm fallen lassen untersuchen essen ich esse tut mir leid so bin ich so bin ich nun mal ah ich mag das Spiel schon jetzt ich mag das Spiel schon jetzt das ist genau mein Ding das brauche ich jetzt mal nach all der Panik so wir müssen jetzt dem Feuerwerk äh ein Garaus machen meine Zielkarte ich weiß es nicht Medizin Wheel Medizin Wheel hm ich glaube das war ja weiter Richtung Westen ich habe keine Ahnung Karte wegstecken also ein Waypoint haben wir irgendwie nicht dass wir da irgendwie hinkommen ich höre es ja immer aber ich sehe es irgendwie nicht mehr Westen ist aber ich nehme komm ich nehme den Weg Westen ist ja schon so in die Richtung vielleicht sind es auch dieselben Wege vielleicht mal ein bisschen hoch gucken langsam schnell laufen okay über L jetzt gehen wir aber nicht mal Richtung Westen jetzt aber warte mal ich höre es doch noch wo ist es denn da denn ein netter Baumstumpf müssen wir mal ein bisschen in den Himmel gucken ach da ach guck okay ich will mal Shift drücken ist ja ein bisschen verwirrend also zum Rennen Seilhaken Seilhaken befestigen äh ja wie mach ich denn das ja dann Haken befestigen mach ich nur Notizen irgendwie muss ich doch auf mein Inventual kommen äh ich kann es nicht ach man sollte auch den Haken man sollte auch den Haken anklicken und nicht nur das Seil okay Abhang sehr steil mhm 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 okay abseilen der Taste seilen wir mal einen ab darin bin ich gut äh der drückt noch oh oh das ist jetzt so geplant ist ja nicht so gut Kletterunfall melden ach ich trink immer wieder Aua ah hey what the hell is wrong with you my rope snapped coming down the shale slide he didn't break anything did you no I think I'll make it we'll be careful for Christ's sake okay weiter geht's ich glaube die Feuerwehrleute sind nicht mehr da ist doch so ein Windgeräusch muss ich mich jetzt hier einfach nochmal abseilen da geht's aber in den Süden in den Schüden ich glaube ich muss weiter in den Westen ich glaube das ist eigentlich der richtige Weg und ich lag übrigens richtig als ich gedacht habe dass es ein Open World Spiel ist warum ist der jetzt schon wieder ach so wir sind ja wir haben ja bis nachmittags geschlafen Wiese melden ein Perfektor zum Campen die Felsen hier unten sind beeindruckend wo soll ich suchen hm westlich halten okay kein Problem was ist da denn das sind so ein paar Dosen oder sowas Bierdosen hm Bierdosen melden red eagle red eagle ja sure am people are just the worst aren't they they're not great no wenn diese Leute die einfach Bierdosen in die Natur schmeißen schrecklich mag ich überhaupt nicht Leute mit lausigen Manieren trinken lausiges Bier okay wollen wir mal ein bisschen weiter gehen was wir noch so im Westen finden ach sieh mal eine an noch mehr Bier da haben wir doch das Lagerfeuer den Whisky oh ist die noch voll oh shit Ferritor Irish objekt drehen scheint ein guter Whisky zu sein die haben eine Flasche Whisky liegen lassen eine halbe hm für später aufbewahren genau mein Ding ach ich liebe das Spiel ich liebe das Spiel Feuer austreten austreten noch mal ist immer noch nicht aus ich hoffe es ist jetzt aus das sind Rucksäcke warte mal Bierdose und nochmal Feuerwerk konfissieren okay aber erstmal melden die haben wir mitgenommen die lassen wir später noch sausen die liegt noch mehr rum aufräumen 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 hier laufen räumen sie 400 Bierdosen auf so jetzt machen wir die auch noch weg da wollen ja unseren Job hier gut machen ne ups nein so nicht wo räumt er die denn hin frage ich mich gerade packt die alle in seinen Rucksack hat er eine Mülltüte dabei sein geheimes Versteck schiebt er sich die irgendwo in eine Körperöffnung so haben wir glaube ich aufgeräumt kommen wir mal eben hier bei den Rucksäcken das ist natürlich ein Unding sie haben ihre Rucksäcke hier gelassen können wir irgendwas damit machen anscheinend nicht ich dachte sie irgendwie tot unterm Felsen liegen oder so gut haben wir ja alles richtig gemacht da hinten liegt noch was die Leichen Kleidung nackt sind sie auch noch das habe ich auch gedacht ok können wir irgendwas mit der Kleidung machen mitnehmen verstecken ich glaube nicht gehen wir mal ein Stück weiter vielleicht finden wir noch was oh la la ich höre Musik vielleicht sollten wir die doch irgendwie ein bisschen in Ruhe lassen ich habe ein BH gefunden ok oh hier geht es noch weiter ok ein Höschen Pettis zwölf ok wir nehmen den mit wir nehmen den definitiv ey ich will den mitnehmen ich will den mitnehmen untersuchen ach komm die Musik die Musik wird lauter ich war etwas über die Musik verwundert aber wir haben ja 1989 noch ein Höschen unten noch ein BH zwei Mädchen äh ok das sind zwei nackte Frauen vergiss es nicht mehr ah sorry ich habe das wirklich nicht erwartet ich habe jetzt irgendwas trauriges erfartet oder sowas oh ja ein See natürlich hey Ladies äh was haben wir in deiner Hand ok wir gehen einfach mal hin gefunden Teenager sie sind betrunken ok äh hey Ladies ich komme rein fucking cool it with the fireworks just put it down we won't light anymore you probably have a tiny dick Chelsea und weg sind sie das muss ich mir auch noch erzählen kehre zum Feuerwachturm zurück schade kann ich das wenigstens mitnehmen ah schon wieder falsch alles gut es ist erledigt ich hoffe sie ertrinken ich habe gerade den Weg nicht gefunden deswegen muss ich noch mal zurück ich nehme das scheiß Radio mit wenn ich schon die Unterhöschen nicht mitnehmen kann dann nehme ich halt das Radio so dann wollen wir mal ein bisschen beeilen schon wieder vergessen mich überhaupt nach hause wenn wir überhaupt nach hause kommen wie komme ich zurück draußen gibt es also keine Lärmformen oder Fortschritt da sind wir jetzt durch wir nehmen das scheiß Radio mit wir nehmen das Radio mit ich habe nämlich kein Radio im Turm ähm wie komme ich zurück ähm äh was zum Westen zum Westen dann nördlich zum Canyon ok äh achso ich weiß noch immer nicht wo es lang ist ach ich kann ja mal fragen genau das machen wir ok so von diesen Rocken woher gehe ich wieder? zurück zum Lake schau nach Norden und nach Osten durch den Canyon es sollte eine Straße auf der farbsten Seite ok Norden und dann östlich durch den das ist mir schon wieder ich weiß nicht ob das der richtige Job für mich ist also zurück zum Lake ja komm äh fallen lassen ok aber wir nehmen es doch nicht mit wir lassen es einfach da so so was hat es nämlich gemacht hier erste Teenies verjagen dann das Ding kaputt machen dann wieder zurück zum See ach Gott so nördlich ich muss den jetzt wegschmeißen weil ich ja meinen ähm Kombas rausholen musste ich musste gerade überlegen was ich denn raushol was? was? da war doch gerade was der See scheint einladen zu sein ok schade ich dachte wir hätten das andere auch noch machen können dann oh da ich werde durch die Gürn im See keine Krankheit einfallen das ist aber auch wütend so äh was? Two Forks Fire Lookout ok anscheinend ausgeschildert oh jetzt müssen wir ja vorsichtig sein hier cool und es ist irgendwie schon wieder Abend oh ich hänge am Stein fest da muss man auch immer aufpassen ah ah dann östlich durch den Canyon sehr schön also es ist doch so gemacht dass man sich eigentlich nicht verlaufen kann ich höre das Radio immer noch so ganz leise jetzt nicht mehr irgendwo hier rechts war das so jetzt wollen wir mal ein bisschen Tempo machen nochmal drüber das ist wirklich schön gemacht chill 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 ich mag solche Spiele echt so ja auch kein alter kein ein alter Mann äh wie wir das ein alter Mann ist kein D-Zug äh noch ein bisschen länger heute so hätte ich mal doch das Radio mitgenommen aber spätestens hier hätte ich es wahrscheinlich eh irgendwie abstellen müssen weil es nicht mehr funktioniert hätte hm ach so aber runter geht automatisch äh muss ich jetzt hier drüber wahrscheinlich schon ne das sieht ja cool aus da mit dem Felsen hoffentlich kippt er jetzt nicht genau in dem Moment um und spiel vorbei ein Pfeil warte mal müssen wir da hoch was denn ähm ähm ich war ich war drunter als ich dich zu dem Job ja Ja well you're not the first boss to be guilty of that I know I just I know I can get a little pushy you know putting you on the spot about uh why you're out here and stuff Äh, das ist keine große Sache. Okay, irgendwie bin ich gerade hier stand, gerade man soll zoomen, um etwas genauer zu betrachten. Und irgendwie ist das ein riesiger Penis hier für mich. Ähm, wie komm ich denn da hoch? Muss ich da hoch? Muss ich runter? Soll ich mir irgendwas angucken? Ich sehe nur das Ding, das sieht die ganze Zeit aus wie ein Pfeil, als ob ich da hoch müsste oder so. Aber da geht es nicht her. Wahrscheinlich muss ich doch hierher. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber eigentlich kann man sich doch nicht verlaufen, oder? Ich verlaufe mich doch nie. Okay, gehen wir mal weiter. Einfach immer in den Fluss lang. Oh, cool. Gucken wir da durch? Können wir uns ducken? Ich glaube, ducken geht nicht. Das habe ich schon mal ausprobiert. Ah, und sanft wiegt das Gras in der Natur. So, geht es jetzt wohl da hoch oder hier weiter? Wir gehen einfach mal hier hoch. Einfach, weil die Animation des... ...alten Mannes, der hier hochklettert, irgendwie so geil ist. Okay, dann geht es ja auch wieder runter. Aber wenigstens habe ich mir die Füße nicht nass gemacht. Das ist ja schon mal was. Oh, das... Ähm... Muss ich jetzt daher? Gewitter in der Nähe. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Okay. Ich wurde als 9-Jähriger vom Blitz getroffen. Ich weiß nicht, ob mir wirklich eine Wahl bleibt. Scheiße, ich konnte nicht mehr antworten. Oh, ich bin jetzt so langsam. Ach, Menno. Ach, Menno. Ach, Menno. Ach, Menno. Vielleicht beeil ich mich mal ein bisschen. Hey, noch eine Box. Ich will einfach reingucken. Eins, zwei... Ist cool, dass er auch immer einen Daumen bewegt hier. Drei, vier. Was haben wir denn hier Schönes? Karte. Cash 303. Two Forks, look out. Thunder Canyon. Thunder Canyon. Na, das ist ja toll. Hot Pot. Schreiben wir uns auf jeden Fall ab. Kann man bestimmt noch gebrauchen. Ich bin ja generell so, ich nehme erstmal alles mit. So, wir können die zumachen. Was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Sehr gut. Leider leer. Ah. Ah, sehr gut. Okay. Taschenlampe ein, aus. Ah. Es wird doch ein Horrorspiel. Ein Horn. Hm. Untersuchen oder fallen lassen. Ähm. Komm, pack es wieder in die Kiste. Kann doch nicht so schwer sein. So. Zack. Vielleicht müssen wir... Hey, eine Höhe. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So... So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Oh, that could be fun. Obviously, be very careful. Hellooo! Mit dem Echo der Höhle spielen. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. Goddammit! Okay, noch mal mit dem... Kann man hier durchgehen? It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Uh, another lookout? They go in. They never come out! Äh... Oh, ist das schon wieder einer von diesen It's? So this is another one of your jokes? Yeah, it is. Yep. Das Geile ist, man kann immer wieder mit dem Echo spielen. Oh! Oh! Muss ich denn hier durchgehen? Kann natürlich auch daher gehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber irgendwie ist die Höhle anziehender. Aber wenn ich nicht hierher gehe, habe ich Angst, dass ich etwas verpasse. Wir können mal eben auf die Karte gucken. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da sind wir! Achso, nee, da geht's ja nur nördlich. Okay. Okay, okay. Äh... Ist das denn Nord? Das ist Norden. Ja, alles klar. Das heißt, wir müssen durch die Cave zu unserem schönen, äh... Wachtturm zurück. Gut, machen wir das. Weg damit. Rein in die Höhle. Wir haben ja schließlich auch eine Taschenlampe bekommen. Wofür soll die sonst gut sein? Okay, ich glaube, wir haben gerade gesp... Oh! Cave's closed. Hier war er mit Ranger Stader. Du Bois, Wyoming. Tor zur Höhle. Äh, Tor zur Höhle. Sieht verschlossen aus. Okay, vielleicht finden wir ja den Schlüssel im Laufe der Zeit irgendwo. Irgendwie glaube ich nämlich schon, dass wir da reinkommen. So. Haben wir hochgeklettert. Und wir sind immer noch nicht da. Aber es ist ja auch, äh... Es macht ja einen guten Walking Simulator auch aus. Oh, da ist der alte Mann schnell. Wow! Äh... Was? Ja, klar. Ist super lustig, jemanden zu treffen. Kommen wir jetzt hin. Ist auch nicht mal da. Okay. Ich glaube, wir können den Weg zumindest... Ne, da kommen wir nicht hin. Aber wir können diesen Weg weitergehen. Okay. Ist vielleicht doch ein Horror-Game. Wer weiß. Wer weiß. Schön, schön, schön. Wir machen erstmal die Taschenlampe an. Ich hoffe, sie hält noch eine Weile. Ich glaube, hier oben war das, wo der stand. So. Das war wieder der. Oh. Springen. Wenigstens muss man nicht selber springen. Dann wird einfach nur... So ein Event ausgelöst. Ich wäre da nämlich sonst reingefallen. Ich glaube, hier war das, oder? Sprung nach unten. Äh... Nope. Ich glaube nicht, oder? Ich bin noch da springen. Hochklettern. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber die sind doch von da gekommen, oder? Von da gekommen. Ich bin einfach mal runter. Ich weiß nämlich nicht, ob der hier stand. Nee, hier ist wieder die Brücke. Ach so. Das wäre eine Abkürzung gewesen. Okay. Wenn jetzt da lange kommt, oder links rum? Hätte man das auch auf der Map gesehen? Interessant. Was bedeuten denn die Punkte da auf der Karte? Rechts kann man auch noch ein paar Informationen sehen. Regions. Old Climbing Gear. Climbing Gear. Sand. Also wir müssen öfters die Karte nutzen, glaube ich. Um hier irgendwas zu finden. Und da hinten ist der Turm. Wenn ihr da unten jetzt irgendwas verpasst, oder so? Ich glaube aber nicht. Na gut. Gehen wir mal hier weiter hoch. Ich bin ja auch eine Art Abkürzung zu sein. Gehen wir mal wieder klettern. Klettern. Natürlich mit Taschenlampe an. Die Amnivationen sind auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Okay. Wenn hier hoch... Wir müssen irgendwie wieder zurück in unseren Turm. War gefährlich, hier bei Nacht so rumzuklettern. Das Gewitter ist auch immer noch im Nacken. Also irgendwie... Oh, wir sind oben. Ach, da zieht's auf. Ach, die Wolken. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Ich liebe ja Wolken. Darüber springen. Oder daher gehen. Jetzt muss ich doch mal eben auf die Karte gucken. Wir müssen auf jeden Fall südlich gehen, um zu unserem Turm zurückzukommen. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir... Hier... Können wir hier vielleicht eine Abkürzung nehmen? Hier können wir gar nichts machen. Wir konnten einfach nur drüber springen. Wir konnten einfach nur drüber springen. Der Stamm ist zu nichts gut. Okay. Aber ich wette, kein Let's Player vor mir hat das jemals erforscht. Oder wer weiß, vielleicht doch. So, das letzte Mal klettern hier. Hoffe ich zumindest. Dann endlich zu Hause sein. Mach mir gleich einen Tee. Ja. Guck mal ein bisschen Fernsehen. Ach nee, Scheiße. Gibt's ja nicht. Man erwartet jetzt immer Jumpscares, wenn man irgendwie hochklettert. Aber ich glaube... Ach, Alter, mach... Oh. Oh. Wir sind wieder an unserem... Das Wegsperrschild. Oh, wirklich? Ja, ich... Ich habe die schlussende Weg genommen. Ähm... Es war... Backbreaking, aber... Du, weißt... Alles für die Service. Well, danke. Anytime. Ich finde es irgendwie... Übrigens cool bei Spielen, wenn die Original-Synchronisation dabei ist. Ich kann zwar nichts verstehen. Also ich verstehe es irgendwie doch. Aber ich könnte es nicht so übersetzen. Deswegen so... Fürs Gehör, die Original-Version und... Fürs Verständnis... Dann die Texte, die man unten drunter sieht. Das finde ich eigentlich immer ganz gut so. So, das hatten wir ja schon. Yes. Plumpsklo. Äh, ja. Okay, das Plumpsklo. So, es ist... Just the Outhouse, then? In terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, uh... Full disclosure. IP wherever I want as well. Ach, solche Details am zweiten Tag. Äh... Zaunaufsteller. Ja. Untersuchen. Was machen wir jetzt damit? Hm, fallen lassen, untersuchen. Vielleicht können wir den so anstatt... Anstatt, äh... Meinung über Forrest Burns, man. I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Ha, 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 ha. Henry, as an employee of the Forrest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Ah, thanks, Mom. Schade. Ich wollte ihn da hinsetzen. Äh, was ist das überhaupt für ein Name? What kind of name is Forrest Burns, anyway? Well, that would be a pun, Hank. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal? Butts. Haha, I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. I like the outhouse and that rustic, I'm roughing it sort of way. And it's a little privacy among the seemingly endless expansive, well, privacy. I like it all the same. Man muss echt immer schnell sein mit dem Antworten. Ach, der Generator. So this generator is all the power I've got out here. Yep. It doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Ich würde ja immer schneller, ich würde ja immer alles vorlesen, aber man muss echt schnell antworten hier, damit die Auswahl nicht weg ist. So können wir irgendwas mit dem Generator machen, der Generic XP 3000. Das Plumps-Klo benutzen. Ja, das ist doch genau mein Ding. Das, das ist mein Style. Was liegt denn da? Ein Baseball. Können wir ihn irgendwie melden? Können wir nicht. Können wir nicht. Ah, Moment. Zweiter Versuch. Wunschung, wunschung, wunschung. Nein, das gibt's doch nicht. Ich konnte das nur passieren. Jawohl. Eingelocht. Alles klar. Alles klar. So. Wir zu. Schade. Benutzen können wir es nicht. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ich hoffe, ich habe abgeschlossen. Warte, ich draus mache. Ja, ich hatte einen Text. Egal. Oh, oh. Das ist irgendwie unheimlich. Das ist irgendwie unheimlich. Ich hoffe, der Typ ist nicht noch da oben. Dann haue ich ihm eins mit der Schreibmaschine über den Dez. Und dann schmeiße ich ihn in den Turm runter. Genauso mache ich das. Hier sieht's aber... Oh, ich glaube... Okay. Ähm. Vandalismus. Ja. Glasscherben. Alles klar. Schzack. Ich die wieder hier. So. Schreibmaschine zurück. Okay. Okay. Und äh. Licht an. Und... Toll. Was mache ich denn jetzt mit dem Fenster? Tomorrow, Henry. You won't be cold. Okay, I put in a call. What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii Five-O. Ah. Hawaii Five-O got some? Do you have any idea who would have done this? Maybe that guy I saw on the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own. And question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay. In the morning, I'm going to call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since... I don't know, forever. And see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes out. Thanks. I need you to feel safe out here. Tu ich nicht. Mach dir keine Sorgen. Sag mir einfach, wo ich die Wache finde. Ach, Entschuldigung, das mit der Waffe musste ich einfach nehmen. Tag 2. Lade, lade, lade. Wake up. Wir hatten noch gar keine Chance, den Text zu lesen, den da steht. Ja, 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 ist ja gut. Ich bin wach. Ich bin wach. Ich weiß nicht, warum das das so ist. There's no backup? The backup is the two-day hike out of here. So, that's a no? It's easier for me to send all the lookouts out to check the status of the wire in their areas. Yours is a good hike away. If you find any portion of it down, I can try to get a hold of a ranger and he'll bring someone in to fix it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So, you're going to want to go back there, go through it and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, alright. Ich mag sie schon jetzt. Okay. Wir müssen also wieder zurück durch die Höhle und dann eine Telefonleitung reparieren. Äh, ich komme irgendwie immer wieder in dieses Menü. Nachrichten, aber irgendwie sind hier gar keine Nachrichten. Vielleicht muss ich ja noch irgendwas aufnehmen oder so. Ähm, aber ich glaube nicht. Oh, der Whisky. Sehr gut. So. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, Tag 2 machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Dann mache ich jetzt ein kleines Aufnahmepäuschen. Und, äh, ich bin schon echt gespannt. Das Spiel hat es ja bisher, also es gefällt mir gut. Es ist ein bisschen mysteriös. Es ist schön. Es hat, äh, eine, eine bedeutende Hintergrundstory. Man weiß ja nicht, was mit seiner Frau passiert ist. Und, äh, man hat, es ist witzig. Ich mag es. Es ist wirklich witzig. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firewatch. In der letzten Folge hat irgendein blöder Typ uns hier die Scheibe eingeschlagen und die Schreibmaschine aus dem Fenster geworfen. Wir müssen rausfinden, was das ist. Aber leider ist die Telefonleitung gekappt, weswegen wir Anweisungen von unserer Chefin bekommen haben, dass wir nun wieder zurück durch die Höhle gehen sollen, durch die wir gestern gegangen sind. Und dann immer weiter geradeaus Richtung Norden, um ein Telefonkabel zu finden, was wir irgendwie reparieren wollen. Äh, sollen. So. Ähm, und jetzt können wir erstmal sagen, dass wir wach sind. Denn, äh, dann kriegen wir bestimmt noch ein paar weitere Informationen, was genau wir jetzt machen sollen. Oh, ja, äh, 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 das ist genau, das ist genau das, was wir gesagt haben. Ähm, wir hatten Probleme mit den Radiosen gehen in dieser Bereich vor. Kann ich gehen und fix es? Well, du wahrscheinlich kannst, aber was du kannst, ist, dass du nach wo die Höhle geht, wo die Höhle geht, und zurückkommen, wenn es geht. Dann kann ich nach einer Ranger, um jemanden zu holen. Okay, ich kann das tun. Wo ist es? Remember die cave du hiked durch gestern? Ja, natürlich. So, du wirst du nach hinten gehen, gehen durch die Höhle, und gehen direkt nach dem Norden, wenn du rauskommst. Will do. Jetzt meckern wir nochmal rum, das hatten wir nämlich schon in der letzten Folge. Okay, jetzt machen wir das Licht aus, und das war genau das, was wir eigentlich in der letzten Folge schon gesehen hatten. Deswegen schnappen wir uns jetzt den Rucksack und, äh, machen wir uns auf den Weg, wir sollen nichts reparieren, wir sollen einfach nur... Oh, ist das amazing hier. Wir sollen einfach nur gucken, ob die Leitung beschädigt ist, äh, und dann Bescheid sagen. So, rennen können wir natürlich nicht. Ah, hier wieder so schöne Animationen, wie er sich da festhält. End geil. So, leider hab ich vergessen, wo die Höhle war. Aber ich glaube, wir mussten hier beim, äh, Plumpsklo... War das nach hinten? Da war das Plumpsklo. Ach ja, wir können ja mit R rennen. Genau, hat sich ja schon wieder ganz vergessen. Genau. Beim Generator und beim Plumpsklo irgendwo hier hinter, konnten wir doch wieder zurück, und da müssten wir eigentlich auch Richtung Höhle kommen. Und dann, soweit ich das richtig in Erinnerung hatte, Sprung nach unten. Ja. Sah irgendwie so ziemlich gefährlich aus. Okay, ich hoffe, wir haben alles mitgenommen. Taschenlampe haben wir auch noch. Ist gut. So, wir gehen jetzt einfach mal den Weg runter. Wir machen ein bisschen Pronto hier. Wahrscheinlich werden wir wieder lange Wege zurücklegen müssen in diesem Spiel. So wie in etwa bei, äh, Kolat. Oh, da müsste man drüber springen. Moment. Immer noch der Alte. So. Und, äh, ich bin gespannt, was uns dann erwartet. Was wir finden werden. Wie die Story weitergeht. Wer uns verfolgt hat. Oder, beziehungsweise, wer unseren, unseren schönen Turm durchsucht hat. Weil das kann ja wohl, das kann ja wohl nicht sein. Oh, es ist eigentlich ziemlich kalt hier. Roger that. Es wärmt schnell. Die Morgen sind kalt in Boulder, doch, richtig? Ja, sie sind. Was hast du da unten gekommen? Ich meine, was ist das Leben? Wir wollen über Bucket sprechen? Über Julia sprechen? Über deinen Lieblingsbar sprechen? Wir sprechen mal über Julia. Ich habe einfach viel Zeit mit Julia. Oh, so du hast jemanden da. Well. Aber du hast ein bisschen geholfen. Oder... Wir... Wir... Ich bin sorry. Kannst du das aufhören? Sure. Ich werde einfach gehen, und hoffe, es warms up. Heyo. Ich glaube nicht. Warum, hast du... Äh, was? Okay, gut. Nein, ich glaube nicht, er hat keine Idee. Zuhören? Ich bin absolut sicher. Würdest du? All right. Ich werde dir wissen, ob etwas in diesem Bereich verändert wird. Hm. Interessant. Wir haben gerade ein Gespräch gelauscht. Hey, sorry about that. Anyway... Äh... Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I... I don't mean to pray. Die hat mir anscheinend nicht wirklich zugehört. Nach dem Gespräch. Eben fragen. Julia ist nicht am Funkgerät. Sie ist verärgert. Die ist kurz weg. Okay, werden Sie nicht darauf ansprechen. Dürfen. Das ist natürlich interessant. Hm. Sie sagt also, sie hätte mit niemandem geredet. Dabei hat sie doch mit jemandem geredet. Okay, wir sind wieder in der Höhle und müssen jetzt da raus. Ich wollte noch irgendwas sagen vor dem Gespräch, aber es ist mir leider entfallen. So, da vorne geht's... Da geht's jetzt weiter. Richtung Norden. Das ist definitiv Norden. Langsam schnell laufen. Das sollten wir wieder machen. Ja. Äh, was ich sagen wollte. Genau. Äh, ich glaube die... ...Lücke im Gebüsch entfernen. Äh, ich glaube, das wird noch interessant werden. Ah, wir müssen uns da durchquetschen. Weil ich denke, das hat noch... ...einen wichtigen Grund. Der Typ, der uns... ...den wir auf dem Rückweg gesehen haben, der unsere... ...ähh... ...unser Häuschen durchsucht hat. ...ähh, ich bin schon gespannt. ...ähh, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Von hier. Von hier. Wir füllen es auf den Topf des Trails, wenn du kannst. Du kannst zurückkommen, als nächstes du mir alles klar bekommst. Got it. Okay, mehr können wir nicht sagen. Mal kurz umgucken. Wir müssen also hier den Pfad weitergehen und gucken. ...wohnen. Bromast. Haben die nicht andere Möglichkeiten, irgendwie per Funk da die Ranger zu kontaktieren oder so? Geht das wirklich nicht mehr, dieses Telefonkabel? Das heißt, Richtung diesem Telefonkabel müsste es eigentlich zu ihr gehen. Ja, das ist ja unser Tower. Das heißt, der andere Tower ist wahrscheinlich nicht mehr aufgezeichnet hier. Das ist einfach unser Gebiet und fertig... ...fertig ist das. So ist das. So, hier können wir noch was machen. Delayas Turm. Ach, da hinten. Kannst du mich sehen? Du stehst ziemlich früh auf. Kannst du die Leitung sehen? Hey, I can see your tower. I suppose that means you can see me. Yeah, well enough. You wake up pretty early then, huh? Soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us, putting up curtains for some reason. Ja, aber mein Kopf in das Kissen gesteckt. Ich werde mich dran gewöhnen. I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. Wow. The forest could never burn down on your watch. Niemals. Ich bin der beste, der beste Brandschützer. Oh, mehr kann ich jetzt gar nicht sagen. Da kann ich vielleicht doch nochmal. Feuerwachtturm. 4,5, äh, 5,4 Meilen. Wir gehen einfach mal weiter ein Stück. Ich weiß nicht, wie weit wir das Spielchen jetzt noch treiben müssen. Aber solange es hier einen Weg gibt, werde ich ihm folgen. Und gucken, ob wir da Vielleicht irgendeine Beschädigung sehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas passiert gleich. Da können wir nichts weiter sagen. Irgendwie okay aus. Wir können hier noch weiter durchgehen. Da hinten. Da hinten. Okay. Okay. Ich sehe es. Ich sehe es. Gehen wir einfach mal weiter. Oh, ich sehe schon da hinten, der Sack kaputt. Was ist denn da? Ach, ein Schild. Okay. Oh, hier geht es nicht weiter. Okay, das ist wohl der Point. Das heißt, da müssen wir hoch. Aber hier geht es irgendwie nicht weiter. Also müssen wir da unten den Weg lang gehen. Und irgendwie sieht alles ziemlich ähnlich aus hier. Ich habe jetzt wieder einen Drang, überall hinzugehen. Zum Beispiel da oben hin. Da ist so eine Art Steine da so. Ne, eine Bierdose. Hallo. Das heißt, wir müssen eigentlich hier lang. Vermutlich müssen wir, können wir hier vielleicht auch noch was sehen. Ich gucke mal hier. Da war eigentlich meine erste Idee, schon richtig da hinzugehen. Aber hier oben gibt es nur ein Schild. Da kommt man anscheinend nicht her. Vielleicht kann man ja von hier unten auch was sehen. Man kann schon was melden. Oder man kommt auch hier her. Untersuche die Fernmeldung aus der Nähe. Okay, da müssen wir gleich da hochgehen. Fernmeldeleitung. Ach, das ist der Cache hier. Komm, gucken wir mal. Gucken wir mal, was hier drin ist. Eins, zwei, drei, vier. Ah, hier gibt es wieder jede Menge... Ach, Informationen. Informationen abschreiben. Cache 302. Wir sind also hier. The Thunder Canyon. Da kommen wir her. Das ist ziemlich afforded. Drag, leaving, through, mool point. Paar Bäume. Ist eine Nachricht. Aufbewahren. Ach, wir können sie aufbewahren. Tab Notiz lesen. Ach, Nachricht von Ron. 30.07.86. Hi Dave. Ich habe gelesen, dass du mir was Wichtiges mitteilen willst. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Hab mich den ganzen Tag lang gesucht. Hab dich den ganzen Tag lang gesucht und gedacht, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch. Aber ich weiß auch gar nicht... Das Scrollen mag mich schon wieder nicht hier. Das Scrollen mag mich nicht. Wie in Doom. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Er scrollt immer wieder runter. Hm. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen. Amigos Professionales. Aber wenn du jemanden brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten... ...und in der Vergangenheit zu schwelgen... ...äh. Du verstehst mich schon. Okay. Bis bald. Dein Freund. Schade. Na, 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 na. Stuff. You get it. Alles klar. Gut. Hat hier irgendwas Nützliches? Außer einen Holzscheit? Ups. Ich fand Zapfen. Ein Brett. Ein Buch. 6 feet down under Ein Krimi Sonst können wir, glaube ich, nichts machen hier Nichts, nichts, nichts Okay Lassen wir den mal zu Ich bin mir nicht sicher, ob es Warte mal, da gibt es auch noch was Eine Schildkröte Well, isn't that something? Actually, pretty cute Well, Henry, if you decide you want it to keep you company Nobody will mind And what do I call it? Looks like a, hmm Oh, this ought to be good Turtle Raynaud's Bucket Junior Actually, I think I'll come up with this thing's name on my own Something real special What a lucky creature Oh ja Ist denn hier noch irgendwas? Irgendwo hier soll es auch ein Geheimnis geben Ein Secret, meinte Frenzi Ich hoffe, dass ich das entdecke Ich bin ja eigentlich immer so für Secrets Und jetzt, wo ich das weiß, ist der Drang noch höher, in jede Ecke zu gucken Das ist natürlich, naja Nicht so toll Aber man kommt auch hier hoch Was war das? Ich glaube, hier gibt es ja nichts mehr Guck mal, wir haben hier Ah, nur ein Blatt Nur ein Blatt Sau wie ein Eichhörnchen aus Warte mal, da kommt man auch nicht her Okay Da auch nicht Gut Dann scheint es hier keinen anderen Weg zu geben Zumindest glaube ich das Hier oben sieht es auch ziemlich leer aus Wir müssen auf jeden Fall da hoch Anders geht es nicht Ne, hier ist nichts mehr Und wenn doch, dann Huch Dann gucke ich halt später nochmal Ist ja alles offen Man kann ja immer wieder dahin Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich Was vielleicht das Secret ist Aber nee, nee Sagt lieber nichts Ich würde es alleine finden So jetzt Da Da war der Eingang Über den Weg können wir dann eigentlich nur da hoch Achso Da müssen wir runter Vorsichtig Erstmal mal ein bisschen aufruhen So Da geht es hoch Vielleicht gibt es ja hier ja irgendwas Wir gehen erstmal hoch Ah, auf jeden Fall Auf jeden Fall Haben wir eine Spur von Bierdosen Das heißt, irgendjemand hat sich hier besoffen Und dann die Leitung gekappt Na, wunderbar Ich bin gespannt, was wir da oben finden Ich bin so gespannt Vielleicht eine Leiche Vielleicht Vielleicht stellt sich raus Dass das Ganze hier irgendwie Noch so ein Krimi-Spiel ist Oder so Wir müssen Morde aufklären Irgendwas muss ich ja mit Bucket auf sich haben Okay Erstmal wieder aufräumen hier Go to hell Ist ein Schlipper Äh, okay Hey, so the wire is definitely down out here I want you to go find them And then what? Das ist ein Schlipper I want you to go find them Okay, da liegt schon mal die nächste Bierdose. Äh, können wir noch was sagen? Nee, wir sollen also die Teenies finden und erschrecken. Was könnte jetzt zu dem Profil passen? Ähm. Da geht's weiter. Was könnte jetzt zu dem Profil passen, was wir ganz am Anfang des Spiels hatten, wo wir die Fragen, äh, beantworten mussten, wo wir ja, oder wo ich gesagt habe, dass er die, die vertrieben hat und nicht verprügelt. Vielleicht spielt das jetzt hier wieder mit rein. Untersuchen. Ah. Tja. Professionelle Meinung. Und das ist egal. Aber das ist egal. Go to hell. So. Wollen wir weiter auf und gucken, dass wir die Spur folgen. Geht's denn hier zum Lake runter? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind... Da oben. Okay, da geht's runter. Was ist denn der Lake? Das ist der Lake. Thunder Canyon. Also das ist der Lake. Also eigentlich müssten wir irgendwo hier hingehen? Suche die Teenager. Ja gut. Wir werden ja so ein paar Teenager finden, denke ich. Das kann ja nicht allzu schwer sein, oder? Oder? Kann das schwer sein? Wir folgen einfach mal dem Weg. Können wir hier rücken? Oh, nicht rücken. Das wäre eine Möglichkeit. Hm. Supply Drop. Ich geh einfach mal hier hin. Oh ja. Oh ja. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Die Brutkrümel wurden richtig gelegt. Oh, nee. Wollte ich gar nicht mehr klappen. Hey, da ist eine Höhle. Also, da kann man her auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das der... ...sperrter Weg. Und da ist auch wieder eine Höhle. Ist das denn die Höhle? Ich frage mich gerade, ob das... Ich frage mich gerade, ob das die Höhle ist. Aber sieht nicht so aus, weil... Thunder Canyon ist ja hier. Und da ist die Höhle. Hm. Okay. Also scheint das schon mal nicht der Weg für uns zu sein. So, dann müssen wir jetzt weiter nach links gehen. Und immer schön den Ausschau nach Bierdosen halten. Aber ich will jetzt mal fast tippen, dass man die nicht übersehen kann hier. Alles andere wäre Wahnsinn. Oh, schön. Ich dachte erst, das wäre ein Gräber. Da hängt irgendwie was. Warte mal. Gucken wir mal runter. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Supply Drop. Den haben wir gefunden. Johnson Lake. Da geht es auf jeden Fall zum Lake. Das heißt, das ist der zweite Weg zum Lake. Vermutlich hier runter. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Wenn ich mir das so angucke. Oder hinten... Da hängt irgendwie was. Irgendwas hängt da. Oh, hier müssen wir drüber. Warte mal. Auch er geht da einfach so drüber. Kein Problem. Wir tun mal eben hier gucken. Warte mal. Warte mal hier drauf stellen. Okay. Ein Rucksack. Gute Idee. Mal gucken, was drin ist. Zack. Ryan Goodwins Rucksack. Was haben wir denn hier? Oh. 24er Film. Seil? Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them. In decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah. He only used three or four. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. He was a lookout? Hmph. Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad, Ned, three summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. I don't know if that was. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned. And, um, one day they were just gone. Sucks. Hm. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks. So I'll keep you company while you find those girls, huh? Okay. Machen wir so. Einwegkamera benutzen. Nice. Foto machen. Das ist ja cool. Wie geil. So, und hier können wir jetzt unser Seil dran machen. Und da oben. Kann man auch was gucken? Da ist auf jeden Fall wieder ein Cache. Hier gibt's nix mehr. So, einklinken. Da haben wir auf jeden Fall genug Seile, wie er schon sagte. Das heißt, wir können die einfach hängen lassen. Abseilen bis zum Gehtnichtmehr. Achso. Ich hoffe, die ist mal schaffend ist, ohne runterzufallen. Und damit kommen wir auch wieder hoch. Okay. So. Jetzt kommt erstmal. Ich frage mich die ganze Zeit, ob man da auch schon hätte hingehen können, am Anfang des Spiels. Das wäre natürlich ein bisschen strange gewesen. Das ist doch ein Feuer. Wie eine Rauchsäule. Ja, ich sehe es auch. Eine dünne Plume wie diese ist ein Neues Feuer oder ein Campfire. Campfire? Du denkst, es sind sie? Ich denke so. Es sieht, es ist nach dem Südwesten von mir. Das ist richtig. Wenn du hinkst nach der 5-Mile-Krieg, das sollte dich in die Nähe. Okay. Schau dir an die Smokplume. Lass mich wissen, ob es noch größer wird. Will do. Im Moment sieht es ja gut aus. Jetzt holen wir uns hier erstmal den Cache und dann gucken wir mal. 2, äh, 3. Gucken, ob es hier irgendwas Nützliches gibt. Ach so. Okay. Das ist anscheinend die Route. So. Schreiben wir das erstmal ab. Ich glaube, die Karte erweitert sich dann immer. Kann das sein, dass wir jetzt vielleicht den Weg... Ah. Jetzt sehen wir auch den Weg hier durch. Interessant. Richtung Moodpoint sollten wir, glaube ich. Süd... Ne, südwestlich. Das ist eigentlich südwestlich. Oh, die Rauchquelle. Hm. So, was haben wir denn noch hier? Ein weiterer Brief. Vielleicht sollten wir ihn erstmal lesen. Okay. Hi Dave. Rate mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein, nicht dieser Schlappschloss von Steve, sondern ich. Ron höchstpersönlich. Hier können wir übrigens scrollen. Ich war auch oben bei Two Forks, um mir den Neuen anzusehen. Habe dann gehört, wie er mit sich selbst redete. Also mehr als üblich für einen Brandwächter. Und beschlossen, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chimmy Rock dabei beobachtet hast, wie er sich auf der Hängematte mit sich selbst vergnügt hatte? Ich glaube, so langsam die bei der Forstverwaltung nehmen, nur geistesgestörte und perverse. Außer uns natürlich. Wir sind die Creme de la Creme. Stoßen wir auf Debbie an. Ron. Okay. Den behalten wir diesmal auch. Fotodome. Hab Blumen in der Fototasche. Sand. Ein loser Stein. Nichts drin, was man irgendwie gebrauchen könnte. Was haben wir hier? Eine versteinerte Kralle? Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh really? Ja. Schade. Kann ich nicht mitnehmen. Lassen wir sie hier. Der Stein bleibt auch da. So, wir sollten jetzt Richtung... Ja, Richtung Jonesy Lake. Bin ich da hoch? Nee. Okay. Es ist, obwohl es ziemlich offen ist, es ist doch ziemlich... Äh, ziemlich straight on. Südwestlich. Ja. Südwestlich wäre dann da. Das heißt, wir müssen hier den rechten Weg nehmen. Aber hier kann man auch noch hin. Hey. Sie ist krank. Machen wir. Und wir haben auch direkt schon wieder einen Grund. Ich denke, ich werde immer ehrlich zu sein. Ich denke, das ist der beste Weg. Vielleicht bringt Ehrlichkeit was hier in diesem Spiel. Zaun melden! Können die Mädchen hinter dem Zaun sein? Wer soll hier ferngehalten werden? Was wird da drin versteckt? Können die Mädchen hinter dem Zaun sein? Hm. Okay, mehr können wir nicht sagen. Also anscheinend hat die Forstverwaltung hier den Zaun nicht aufgestellt. Der geht auch eine ganze Weile. Das heißt, wir können hier eigentlich nicht weitergehen. Wir können eigentlich nur den anderen Weg nehmen. Das heißt, man findet hier noch irgendwie einen Hinweis. Aber es sieht wirklich so aus, als ob wir nicht dahin sollten. Vielleicht auch mal eine andere Art von Invisible Wall. Sind wir jetzt wieder auf dem Track? Eigentlich. Sieht so aus. Also können wir eigentlich nur den Weg nehmen. Richtung Thunder Canyon zurück. Hier ist eine Art verbrannter Wald. Wir wären eigentlich von links gekommen. Ich verlaufe mich schon jetzt wieder hier. Genau, wir wären eigentlich von hier gekommen. Gehen wir eben zurück. Um sicher zu sein. Dass ich keinen Blödsinn erzähle. Ja, das sieht gut aus. Okay. Das heißt, man wird wirklich sehr durchgefühlt hier durch das Spiel. Ein paar Brandverbauen. Hm, kann ich nicht melden. Oh, die Geräusche. Der Wind. Sehr nice. Sehr nice. Aber das Schild steht. Hauptsache der Walz ist abgebrannt, aber das Schild steht. Die hat Alzheimer. Sie hat Alzheimer. Wie, ähm, Dementia. Wow. Wie alt war sie? Ist sie? Sie ist lebens. Sie ist mit ihrer Familie in Melbourne, Australien. Sie ist 43. Fuck. Ja. Wir wussten nicht, was los ist. Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late thirties. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't, don't, don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. Ich gucke immer die ganze Zeit da hinten hin, weil ich denke, hier noch was zu finden. Und dieses Gebiet ist doch recht groß. Aber gleichzeitig, aber gleichzeitig die Angst, mich zu verlaufen. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser. A chach. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Perfekt. So, hier geht's runter. Ich frage mich gerade, ob das, äh, äh, doch, ne? Ob das vielleicht der Weg ist? Da kommen wir zumindest dahin. Wir können aber auch den anderen Weg gehen. Also hier Richtung Thunder Canyon. Ich glaube, das machen wir lieber, weil diesen Weg sollten wir eigentlich schon kennen. Da sind wir nämlich hergekommen. Und ich will natürlich wissen, was hier noch ist. Deswegen gehen wir jetzt den anderen Weg. Ist eine kleine Abkürzung, wenn man wieder zurück muss. Aber die brauchen wir ja im Moment nicht. Und wir sollen ja die Rauchsäule im Auge behalten. Das tun wir hier mit auch. Oh, geh weg. So. Da springt der ohne Probleme runter. Kein Problem. Okay, wir sehen den Rauch. Der wird anscheinend deutlich, ja? Wir machen uns mal ein bisschen Tempo. Und hier ist wieder ein Seilhaken. Oh, wunderbar. Schön. Wir können nichts mehr hin. Gut. Winter hier. Wir können nichts mehr hin. Okay, aber ich glaube, unser Weg führt jetzt noch da runter, denn wenn wir jetzt da hochgehen, vielleicht kommen wir auch in den Fattner Canyon. Vielleicht müssen wir gar nicht da runter. Das ist natürlich auch möglich. Ja, Moment, wir sind doch hierher gegangen. Ich erinnere mich. Hier war dieser Pfeil. Warte mal, wir können ja mal eben hier das Seil dran machen. Wir kommen nämlich auch wieder hier hoch. Ich meine, wir sind das letzte Mal hier drunter hergegangen. Ah, die Musik. Ich will nur mal eben da unten gucken, dann gehen wir wieder hoch. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Vorsprung mit dem Pfeil, den wir gesehen haben. Aber wir sind ja jetzt im Thunder Canyon. So, wie haben Sie sich? Ich habe in einem Bar. Hm, das Wurzungsplatz der modernen Romance. Ich habe sie überrascht und gesagt, dass sie schön war und das war es. Oh, du warst brav. Ich war trank. Ja, das ist der Canyon. Definitiv, wir sind da durchgegangen. Okay, wir gehen jetzt wieder zurück. Ich glaube, wir müssen da über den, über diese natürliche Brücke springen. Außerdem wollte ich auch mal aufwärts gehen. Ach, da oben sieht es auch aus wie Feuer. Aber ich glaube, das ist einfach nur der Rauch, der hier ein bisschen den Dreck aufwirbelt. So. Und jetzt machen wir mal einen Evil-Knie-Wel-Sprung hier. Na, also. Ich hoffe, das war richtig. Und da geht es weiter hoch. Bisher sind wir immer noch alleine. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man so langsam vielleicht mal etwas noch von dieser komischen Person mitbekommt. Die hier rumschlawinert hat bei den Dunkeln. Vielleicht ein Freund der Teenies. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Oder ob ich gleich wieder beim Turm rauskomme. Auf jeden Fall hat es jetzt gespeichert. Mal eben auf der Karte. Das ist, glaube ich, egal, wo wir lang gehen. Wir können auch hierher gehen. Machen wir es einfach. Zumal ich mich nicht erinnern kann, hier schon mal gewesen zu sein, aber... Hier sieht hier irgendwie auch alles gleich aus. Oder ähnlich zumindest. Ah, hier ist der versperrte Weg. Obwohl wir diesmal nicht melden können. Oder ein weiterer versperrter Weg. Und da ist der Cache, der offene. Okay. Das heißt, wir sind wieder beim See. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den See weitergehen... Äh, ob wir hier diesen Weg weitergehen sollten. Wieder den See runter. Zumal wir jetzt auch keine Informationen mehr kriegen. Oh, die Rauchswolke ist noch da. Die Rauchswolke ist noch da. Weißt du, wir können hier mal weitergehen? Was machst du, wenn die Feuerzeiten sich umgekehrt? Willst du mit ihr sein? Geht einfach zurück in Boulder? Du solltest mit ihr sein. Vielleicht besitzen, ich weiß nicht. Na, warum nicht? Sie ist mit ihrer Familie in Melbourne. Sie sind nicht große Fans von mir. Oh. Sie ist großartig, aber ihre Eltern... Ich glaube, sie haben immer gedacht, sie könnte besser machen. Und... dass ich ein besseres Job nachzunehmen hätte, sie nachzunehmen. F*** das. Ich habe keine Angst, dass du dein Bestes getan hast. Ich weiß nicht. Wenn du sie zu besuchen möchtest, solltest du gehen. Nicht ein paar Arschlösen lassen dich weg von jemanden, die du liebst. Ich denke an das. Diese Aussicht. Können wir vielleicht ein Foto machen? Herrlich. Bin mir noch nicht sicher, ob ich die Kamera überhaupt... ...so verschwenden sollte. Oder ob wir die noch für irgendwas brauchen. Aber wir gehen jetzt einfach mal diesen Weg entlang. Was ist da denn noch? Noch mal da. Ich habe doch gerade was gehört hier. Wie ein Windspiel oder sowas. Ganz leise. Kommt irgendwie von da oben, habe ich das Gefühl. Interessant. Na gut. Gehen wir mal weiter Richtung See. Die Rauchwolke ist nicht mehr ganz so dünn. Und hier sind wir das letzte Mal runtergefallen, glaube ich. Wir versuchen es einfach nochmal. Oh, wieder der steile Abhang. Na gut. Dann versuchen wir es nochmal. Und sitzen wir ein bisschen vorsichtiger. Wäre natürlich blöd, wenn uns das jetzt nochmal passieren würde. Sieht aber bisher ganz gut aus. Na also. Hoch wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Da müssen wir wohl links gehen. Ich gucke nochmal eben auf das Kärtchen. Campfire Smoke. Campfire. Hm. Schreib mal Creek. Hier unten ist wieder ein Cache. Ich würde sagen, dass wir gleich links gehen. Um zu den Caches zu kommen. Dann werden wir wahrscheinlich wieder neue Informationen finden. Das wäre dann hier. Zumindest hier runter. Aber jetzt fällt mir ja erst mal auf, dass es intelligent gelöst ist mit den Seilen. Dass man hier überall erst hinkommt, wenn man die Seile hat. Gut gemacht. Natürliche, unsichtbare Wände. Gefällt mir sehr gut. Haben die Entwickler wirklich Clips gesteckt. Weil ich mag einfach nicht diese unsichtbaren Wände. Dann geht es auf einmal nicht weiter. Und so hat man, ja, natürliche Begrenzungen. Das ist mir bisher erst in einem Spiel positiv aufgefallen, dass das gut gelöst worden war. Das war Gothic bisher. Da waren quasi die Feinde die natürliche Begrenzung. Da gab es dann keine Möglichkeit, an bestimmte Orte zu gehen, wenn man nicht das Level hatte. Weil die Feinde einfach zu stark waren. Man konnte zwar durchrennen und hatte vielleicht auch Glück. Aber, ähm, meistens hat das nicht geklappt. Das ist auch ein Spiel, was ich noch sehr gerne spielen würde. Mal wieder. Aber wenn ich es damals gesuchtet habe. Das ist aber schon lange her. So. Langsam geht die Sonne, glaube ich, auch schon wieder unter. Ich muss zugeben, ich habe das Feier verloren. Wir müssen, glaube ich, einfach weiter geradeaus Richtung Cache. Ist die Frage, ob das jetzt das geradeaus ist oder da links. Ist, glaube ich, egal. Das ist, glaube ich, der Weg. Wahrscheinlich wäre man hier auch hergekommen. Ach, da sehen wir ihn doch schon. Mal gucken, was wir hier Tolles finden. Hallo? Wut eingegeben und Überraschung. Der vier Kerzenzapfen. Holz. Vielleicht gibt es da noch andere Sachen. Wie tut denn einer so viel Holz da rein? Ne, ich glaube, andere Sachen gibt es da nicht. Okay. Mal die Karte abzeichnen. Da ist der Lake. Ist sie da? Waterfall? Ach, Wasserfall. Half-Bile Creek. Missing Person. Hm, eine Vermisstenmeldung. Warum? Ich habe eine alte Friere für ein Missing Hiker. Es hat mich gedacht, das ist all. Wie, wie du gesagt hast, du warst zu den Goodwins und dann den nächsten, du wirst. Ned Goodwin nicht get mauled by a bear oder stuck in a ravine. Er war nur ein PTSD-Di-Hole. Er hat sich die Sonne aus dem Job gemacht. Und er hat sich ein schlechtes Ding gemacht. Hm. PTSD? Das ist nicht gut. Ich weiß, was das ein schlechtes Ding. Er war in der Armee. Er war... Er war... Er war... Er war... Er war... Er war eigentlich die schlimmste Geschichte. Er war nur schädlich, weil seine Mutter, Brian's grandmother, sterben. Sie hat ihn geholfen, und Ned war der einzige Karte. Wollt. Und du kennst dich ein bisschen? Ja. Ich habe ihn viel mehr als ich mit Ned habe, das ist sicher. Wie war er, du weißt, bei den Fieren? Besser als du. Er wollte eigentlich in der Tower. Okay, wir nehmen mal die Vermisst-Meldung. Gucken Sie mal an. Vermisst. Mitch Michaels, 31,185,75 Kilo. Wurde zuletzt am 3. Juli 81 in der Nähe des Jonesy Lake gesehen. Die erste Vermisste-Anzeige wurde am 29. Juli von Mitarbeitern der Forstverwaltung erstattet. Der Vermisste kennt sich im Gebiet nicht aus. Letzter bekannte Aufenthalt zu Ort. Mitch Michaels wurde zuletzt am Morgen des 3. Juli 81 gesehen. Okay, wir nehmen die Node auch mal mit. You're in their country. Learn to live with bears. Okay, weiter Richtung Säule. War ich mir nicht sicher, ob wir jetzt durch den Wald gehen sollen oder nach vorne den Weg? Ist, glaube ich, eher der Weg. Ja, das ist der Weg. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? They didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Okay, da ist der Bach. Und der führt in die Richtung. Aber wo führt der noch hin? Ich bin so neugierig. Tut mir leid. Na, natürlich ist nichts. Okay. Haben wir mal wieder ansonsten nachgeguckt. Ich möchte halt dieses Secret finden. Wir sollten jetzt vielleicht einfach nur dem Flusslauf folgen. Vielleicht entdecken wir ja noch irgendwas Tolles hier. Ja, Musik. Ah. Du kleiner Mistkerl. Ich bin ja echt mal gespannt. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass die Ladies so viel Bier trinken. Ich werde gerade geblendet von allem hier. Ich bin ja echt mal hart. Ich bin ja ganzppich. Ich bin ja so viel può encimaz umas zu können. Musik Tut mir leid, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen innehalten und ein bisschen die Musik laufen lassen und ein bisschen die Aussicht genießen. Ich werde auch mal melden werden. Hey, what's to the south of here? Ähm, Mexiko? Ist das ein bisschen ein Riedel? Ich habe nur eine schöne Sicht zum Süden. Tren und Mäste, für immer. Well, letztendlich wandern Sie in die Region, die durch den Schmiedsrunden aufzunehmen, aber das ist wahrscheinlich eine unmögliche Hike, in terms of Terrain. Interessant. Es gibt also Gebiete, die es jetzt in diesem Spiel nicht gibt, aber eventuell vielleicht mal in Zukunft. So, jetzt müssen wir erstmal die Rauchsäule wiederfinden. Die habe ich nämlich schon wieder verloren, ich Idiot. Ich bin anscheinend nicht nur der beste Hausmeister, ich bin auch der beste Brandmeister. Bin ich mir gerade nicht sicher, wo der Weg ist. Hier ist der Fluss. Äh. Ich dachte, ich häng fest. Das wäre fatal gewesen. Ich weiß nämlich nicht, wo der letzte Safepoint war. Ah, und schon geht's weiter. Und schon geht's weiter. Wo sind wir denn gerade? Ach, hier unten? Da hängt doch was. Warte mal. Willst du dir was mal in die Bierdose? Da hängt doch was. Das ist ein schönes Wasser, da unten. Givin, die Mädchen auch die Skinny-Dippen liebten, ich beten sie sind ja. Da ist ein Lücken hier, der sieht, wie es war aus, oder? Das ist verrückt. Ich Byrhe weiter. Das ist etwas Negruen. Ich habe eine Bierdose gesehen. Es gibt noch etwas. Vielleicht haben wir einen Lücken späteren. Das ist mit der Röger-Thats. Ah, ich liebe das Spiel. Das ist wirklich geil. So, die Frage ist, was wir jetzt da haben. Geht's eigentlich nur in den Zügen, oder? Scheinbar ist da nichts. Perfekte Ort für ein Secret. Hallo, Secret! Aber irgendwie ist hier nix. Na eben, schnell noch abrennen. Ne, da war nur der Aussichtspunkt, okay. Das heißt, wir müssen beim Stoffwetzen weiter über das Wasser und, ähm... Ich glaub, da war noch ein Weg. Dann müssen wir eigentlich zu diesem Camp kommen. Ja, das sieht doch an einem Ort aus. Da müssen wir bestimmt her. Was war das? Da war doch grad was. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Safepoint. Ich meine, da stand grad was. Lagerfeuer der Teenager. Wir sollen also das Feuer verwüsten. Äh, das Campfeuer verwüsten. Erstmal das Feuer haustreten. Teenie Magazines. Teenzone. Ich habe in der Teen-Zone. Oh, wirklich? Und wo ist das? Es ist der Name der Magazine für Mädchen. Es ist auf der Grund hier, in der Camp. Pantse sind zurück. Ich bin sorry, ich bin sorry, Pantse sind zurück? According zu den Experten bei Teen-Zone Magazine. Es ist nicht klar, wo sie sind. Die Pantse, ich meine. Ja, sie sind zurück. Okay, verstanden. Alles klar. Was haben wir hier noch? Teenager-Zeitschrift. Gefährliche Traumtypen. Name your hunk. Well, I found some dangerous hunks. What? On earth are you... It's another one of those magazines. Ach, komm. I don't care why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. Ja, so sieht's aus. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Können wir noch was sagen? Nee, komm nicht. Okay. Meine Laken? Aha, I found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. Okay, ich kann sie aber nicht mitnehmen. Die sind also bei mir eingebrochen. Dann wissen wir jetzt, wer es war. Die Mädels wollten sich an mir rächen. Diese verdammten Gehören. The tent looks like it's been through the shredder. Ooh. Which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a, like a bear or, um, I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk, if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps. Just in case. Yeah, good thinking. Okay. Endlich wissen wir, wofür die Kamera gut ist. Vielleicht vom, diesen Ding auch hier. So, und was noch? Nachricht melden? Äh, sieht aus, als ob jemand eine Note verlassen hat. Intrigant. Vielleicht solltest du es lesen. Okay, ja. Lass mich wissen, was es sagt. Sie rufen die Polizei. Sie denken, ich habe sie angegriffen. Ich habe nur einen Alkohol mitgenommen. I didn't do anything to them, but it looks like someone had it out for them. Then why do they think it's you? Fuck, I don't know. Huh. Hey, I don't. I believe you. Come on, Henry. All right. All right. It's just, it's weird what happened out here. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Tag 3. Hm. Eigentlich wollte ich die Note noch lesen. Ich habe jetzt einfach mal in den blauen Dunst geschossen. Hab gedacht, hm. Vielleicht. Vielleicht könnte das sein. Suche unten nach Brettern für das Fenster. Okay. Das ist ja. Uh, okay. Äh, wir haben also die Tage. Was? Ja. Ähm. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Hm. Adrenaline wie Tom Cruise. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in people, he's like five foot nothing. Yeah, well, you can't win them all. Okay. Well, that gives me a good start. Now, let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, uh, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Smoking so often as possible. Now, this can't be that hard. Uh, I don't know. I like to look nice, usually. Well, I try now, I guess. Had a bit of a schlubby period, did we? Yeah, a good 25, 30 years, yeah. But, um, now you'll put on a clean shirt? Yeah. Well, I have one that I have for Christmas, actually. Just, um, it's navy with white buttons. But I like it. I don't wear it that much, though. Well, it sounds just perfect. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Uh, hmm. Hmm. I have a dicht bar. Da muss ich gar nicht weiter gucken. Uh, pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. Yeah, natürlich. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is, is that okay? Uh. Don't, don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Uh. Stelan? Glücklich? Müde. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you just, you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Is auch geil, wie hier so die Wäsche hängt. So, dann wollen wir mal gucken. Eigentlich wollte ich direkt runtergehen. Bin nur noch mal hier rein, um zu gucken, ob hier irgendwas anderes ist. Aber, ähm. Hey, da ist unsere Turtle. Unsere Turtle haben wir mitgenommen. Haustier-Schildkröte. Die leider noch keinen Namen gekriegt hat. Hm. Fallen lassen. Mit neben halten. Erstmal wieder zurück tun. Zurücklegen. Bleibt mal im Karton, kleine Schildkröte. So, gehen wir mal runter und gucken mal, ob wir ein paar... Ob wir ein paar Stöcke, äh, Bretter finden. Ich bin mir nicht sicher. Ob wir jetzt unten irgendwas komisches finden. Aber irgendwie muss die Story ja weitergetrieben... Ne, ist falsch. Irgendwie muss die Story ja jetzt weitergetrieben werden. Ich mein, wir haben die Mädels gefunden. Beziehungsweise sie waren weg. Mit einer Note, die wir leider nicht mehr lesen konnten, weil ich zu schnell geantwortet habe. Aber ich glaube, ich lag richtig. Wieder festhalten. Hm. Ich glaube, das war noch nicht alles. Die treibt bestimmt irgendwer sein Unwesen. Ah. Besorge mehr Bretter. Das soll ja wohl ein Witz sein. Ach da. Stehen hier vielleicht noch mehr rum? Ach, guck mal hier. Nagelastfenster zu. Ja. Stein. Weißt du noch nicht, was ich damit soll? Okay. Gehen wir wieder hoch und nageln das Fenster zu. Irgendein Sinn muss das ja haben. Ich denke mir immer, das Spiel wird schon was mit uns vorhaben, wenn wir es machen müssen. Das hat jetzt irgendeinen besonderen Grund. Und zack. Zack. So nagel ich auch immer Bretter fest. Ohne Nagel. Ich habe das WINDO all patched up. So, was soll ich jetzt machen? Was ist jetzt? 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 Also nichts. Und sag mir jetzt die erste Sina-Smoke. Oh. Ja. Wie ch anfcod an mir vor du mich Okay, ich kann noch ein bisschen rumlaufen. Ich weiß nicht, ob wir das noch sollen. Ob wir vielleicht was entdecken können jetzt hier. Oder ob wir einfach weitermachen sollen mit der Story. Schon sehr merkwürdig. Aber ich würde sagen, wir packen es einfach mal an. Ich bin bereit. Oh, Tag 9. Es vergeht also einige Zeit. Wir essen Sandwiches im Sonnenuntergang. Ach, verdammt. Ich lasse mich gerne befragen. Ich habe nichts getan. Das war Zufall. Äh, Leichen gefunden? Hm. Ja, lieber nicht. Wir sollten es besser melden. Ich glaube, es ist wert, etwas zu erwähnen. Ja. Ich werde es, äh... Ich werde es vage halten. Ich will wirklich nicht mit den Schäden sprechen. Ich auch nicht. Okay, Henry. Danke. Nöte den Sonnenuntergang. Hm. Okay. Tag 15. Interessant. War jetzt einfach nur eine Entscheidung? Henry, Henry, wake up. Get out of bed and pick up the radio. Okay, okay. Was ist denn los? Was willst du? Hey, du big dumb idiot. You're a big dumb idiot. Oh, Baby. You sound tired. Hm, I am. Are you having a nice time? Ist gut hier? Mir geht's gut um dir. Henry? Are you having a nice time? Äh, I don't know. There's some weird stuff going on. Oh, that's too bad. Yeah? Hm, I'm sure it'll be fine. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Mhm, sure. Bye, Baby. Okay, ich hab's mal wieder nicht gecheckt. Das war meine Frau. War anscheinend nur ein... ...ein Traum? So, wie vorgeht im Norden. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90 degree heat and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember, it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there and... ...I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats six prunes a day. Six. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Okay, we can't answer. We need to have a... So, like, two weeks ago you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and... All I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought... Maybe you were having a nice conversation and... I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay. You know, when it comes to her. I shouldn't be out here. Yes, you should. No, I just ran away from my problems. No, you didn't. We all fuck up. Oh, look. So, a couple of months before I took this job, I... I was with this guy. Javier. He's incredible. Caring. Sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost five years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and... I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Wallace was also a good excuse to... Get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, um... Javier's brother got killed working in Gillette. And... For some reason... I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here. I lied and... Told my sister he fucked our neighbor. So... I lied to you. I came out here with a broken heart, just like you. I figured you've told me so much about you. So... You know, there's something about me. We both fucked up. Okay, ich glaube, hier ging's nicht mehr weiter. Das war einfach der falsche Weg. Wir müssen, glaube ich, da vorne hoch. Aber so langsam wird natürlich mehr und mehr klar, worum es hier geht. Oder... Dass halt jeder irgendwie mehr oder weniger... Tja. Nicht ohne Grund, dass hier draußen ist. Und ich finde es gerade sehr merkwürdig... Dass wir nichts mehr von den Mädchen gehört haben. Und diese Zwischenszenen waren, glaube ich, wirklich wieder nur Entschuldungen. Das Spiel ist schon echt verdammt interessant gemacht, was das angeht. Genauso wie ich es mache. Da oben sind auch noch Seile. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Sieht aber so aus. Vielleicht sollte man da mal hingehen. Ich weiß nicht, ob die das letzte Mal schon da waren. Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Aber wir müssen weiter Richtung Norden gehen. Vielleicht sollte man mal den Kompass aufmachen. Damit wir sehen, wo Norden ist. Das ist, glaube ich, das letzte Mal... ...weiter Sprung. Ja, nicht so gut. Gehen wir einfach mal hier außen rum. Zäune. Interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Ich glaube, die Gegend war noch zu. Supply Drop. Nach links. War noch Terrify. Gehen wir hier mal weiter. Ist das der Supply Drop? Oder ist das einfach nur ein Cash? Versorgungskiste. Hm, okay. Anscheinend bringt hier einer den vorbei. Was für eine Aussicht. Gut, jetzt habe ich euch aber genug auf die Folter gespannt. Jetzt machen wir hier auch den auf. Wahrscheinlich wieder dasselbe Passwort. Ja. Spruce, look out. Supply for 2-4. Lebensmittel für anderen Feuerwachtturm. Lebensmittel für Feuerwachtturm für 2-4. Das ist dann unser. Ist das 2-2-4? Ist das unser? Äh, 2-4-4. Genau. Meine. Feierabend. Natürlich. Ich bin ja ein lieber Mensch. Tag 64. So langsam. Oh, fuck. Schmitters große Feuer. Das Flapjackfeuer. Das Flapjackfeuer. Äh, maybe we call it the Flapjackfeuer. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjackfeuer it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Das Flapjackfeuer. Jetzt steht sie da da. Das Flapjackfeuer. And um, you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nice like tonight, when it is so disgustingly hot. I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Bestimmt, wenn du dort wärst. Oh, sollen wir flirten? If I was there with you, I'm sure I would like it a lot. Are you looking at the fire? No, I'm looking at you. Oh. Well, um, let me know when you are. Okay, I'm looking at it again. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. Yeah. I'm glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. I wish you were too. Oh, God. Okay, wir flirten jetzt. Wir flirten jetzt. Ich denke mal, das war's jetzt endgültig mit unserer Frau. You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Well, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Problem bear. Sure, no problem. Remember me fondly. You were such a drama queen. Ugh, can't believe I'm going to leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah, yeah, yeah. Ah, ich find's grad cool, wo sich das so hinentwickelt. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob das eine richtige Entscheidung war, jetzt zu flirten und sich mit ihr anzufreuen, oder ob wir vielleicht doch besser hätten treu sein müssen. Andererseits, naja, sie ist in Australien, ne? Die Krankheit. Will er sein ganzes Leben wegwerfen? Und das ist ja nur, weil er das Funk gerät. So. Wir sind am See. Was liegt da denn? Ein Klemmbrett. Warte, wir fangen jetzt erstmal ein. Wir fangen jetzt erstmal was. Achso, können wir nicht. Scheiße. Nein, das wollte ich gar nicht. So, erstmal wegstecken. Ich wollte sie nicht wegwerfen. Okay, was haben wir denn hier? Ja. Hm. What the... Uh, Dee, I found a clipboard down here and I, uh, there's something strange going on. At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. Uh, I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on. Something's out here. Okay. Henry. I'm worried. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Jetzt hab ich grad echt so ein bisschen Panik. Just let me know, okay, Buckaroo? Oh, God. I don't know why I just called you that. Äh. Quelle des selbstsamen Geräusches am Canyon suchen. Am Canyon. Äh, ich muss jetzt mal gucken. Unsere ganzen Gespräche aufgezeichnet. Front row seat. Biggest fire of the year. Really going. I don't talk to other lookouts as much as I talk to you. Greetings for maybe just drunk. Dreimal wöchentlich. Okay, wir bewahren das einfach mal auf. Und gehen jetzt Richtung Canyon. Okay. What happened, Henry? I... Holy hell, I just... I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with... What? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone. Along with the radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I... I... I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Uh... Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's... It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. The way I'm going to start hiking that way now. God damn it, my head. Are you... Are you sure you saw what... What you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. I don't think so. Hey, I want to answer. It's just... Oh, this just seems like a... Like a misunderstanding or something. Look, I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay. Okay, I'm sorry. I believe you. But that conversation was from two weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from three, four, or five weeks ago? Our entire relationship. Friendship. Our... Our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. What do you think is going on behind that fence? Apparently a lot of following you around taking notes. Which is un-fucking-believable, Henry. You're telling me. Alright, I'm on my way to Wapity Meadow. I'll let you know what I find. Okay. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seem spooked. Ah, I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah, okay. Hike safe. Okay, wir müssen jetzt also zu dieser Wapity Meadow. Das scheint schon der richtige Weg zu sein. Da hinten gab es noch einen Pfad nach oben. Aber ich glaube, ich plündere jetzt erstmal die Kiste hier. Ich will nur mal eben gucken. Wapity Station. Wir müssen also doch da rechts hoch. Anscheinend gibt es einfach nur die Kiste hier. Die nehmen wir jetzt mal eben. Wahrscheinlich gibt es auch wieder eine Karte, wo dann dieser neue Weg eingezeichnet ist. No Fireworks. Eine neue Note und natürlich die Karte. So, Karte aktualisiert. Ja, das ist dieser Pfad hier zur Seite. Okay, dann wissen wir auch, wo wir lang gehen müssen. Jetzt haben wir hier noch eine neue Note. Die lesen wir mal eben. Entschuldigung. Hi Ron. Bei mir zu Hause ist was passiert. Hoffentlich kann ich hier für eine Weile weg. Aber wer weiß, bei den Haushaltsmitteln heutzutage, hast du meine Nachricht über einen Vorfall in Wapity gesehen, gelesen. Schätze, er ist nicht unbedingt gut auf mich zu sprechen. Wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Bestimmt wärst du durchgedreht. Dave. PS. Amigos ist Spanisch und Professionales Italienisch. Okay, Note nehmen wir mit. Hier haben wir noch einen alten Pullover, den wir nicht nehmen können. University of Colorado. Und ein Buch. The Force Estate. Ein paar Dosen sind da noch. Okay. War eigentlich jetzt nur für die Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier unten noch was machen kann. Habe ich gerade einen Bär gehört? Kann auch ein Vogel gewesen sein. Okay, hier ist definitiv zu. Hier gibt es also nichts. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Weg da hochklettern. Irgendwie höre ich immer was. Die Geräusche verwirren schon ein bisschen. Und da sind wir hergekommen. Na gut, hier oben könnte man jetzt auch hergehen. Vielleicht ist das ein Alternativweg. Wahrscheinlich schon. Da kommt man einfach da runter. Okay, ich will jetzt aber mal eben gucken. Nee, hier sind wir wieder im Canyon. Warte mal. Da gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, da mal hochzuklettern. Vielleicht sieht man da doch noch irgendwas. Aber hier ist anscheinend der Weg runter. Also da müssen wir, glaube ich, her. Oder aber wirklich den Weg hochklettern. Da vorne. Hier. Und jetzt enttäusch mich nicht. Hier muss es doch irgendwas Interessantes geben. Nope. Nope, nope, nope. Ah, okay. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass man hier irgendwas findet. Gut. Das ist der Weg runter. So. Mal einklicken und... ...vorsichtig runter. Geschafft. Das sieht aus wie ein Hinweis. Sollen wir vielleicht hier gucken? Hm. Das zeigt irgendwie auf dem Busch. Ah, ich bilde mir wieder Sachen ein. Ah, ich bilde mir wieder Sachen ein. Schade. Aber süß gemacht. So, nochmal eben auf die Karte gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das sieht gut aus. Wapiti Station. Hm. Was werden wir da wohl finden? Ich meine, wenn das wirklich die Gegend ist, wo alles abgesichert ist. Beschädigt der Baum. Fällen. Mit was? Können wir nicht. Haben wir erst eine Axt. Befinden wir wahrscheinlich später. Ah, interessant. Interessant. Oh, da oben ist der Zaun. Okay. Also, irgendjemand versucht uns hier, glaube ich, wegzuhalten. Okay, ich bin auf der Fence. Ich sehe nicht jemanden, aber ich bin nicht sicher, dass ich mich überrasst. Wie groß ist es? Big. Es geht in beide directions. Acres. Was ist denn hier passiert? Whatever es ist, jemanden nicht jemanden zu wissen, ob es. Sometimes biologen werden ein paar kleine Aktionen studieren, aber das ist nur ein paar Quadraten. Das ist nicht das, was das ist. Wir sehen uns, was du kannst überrasst es. Auf jeden Fall gibt es hier einen Zaun. Hm. Interessant. Warum kann ich hier jetzt den Stein nehmen? War so ähnlich wie die anderen Steine. Vielleicht als Hinweis für irgendwas. Mal gucken, ob das Tor auf ist. Aliens. Das wäre doch mal was. Weißt du, sind wir jetzt hier über dem Canyon? Ich bin nicht sicher, ob wir hier gerade hergekommen sind. Das ist zumindest der Weg. Ja, da ist der Baum dieser abgeknickt, aber ich glaube, da hinten könnte man auch noch hergehen. Aber auch hier gibt es nichts. Okay. Halte ich euch nicht mal länger auf... Wie heißt das? Spanne ich euch nicht länger auf die Folter? Nee. Spanne ich euch nicht länger... Scheiße. Verschlossenes Tor. Aufstoßen. Hm. Kein Reinkommen. Okay, das ist doch mal ein Hinweis. Versuchen wir die also zu finden. Äh, verbrannter Wald? Warte mal. Äh, äh, Schneise. Okay, da ist das... Der Zaun. I see real. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Hm. Suche den kontrollierten Brand südlich des Ruby River. Okay. Ruby, Ruby, Ruby River. Wenn wir jetzt wüssten, was der Ruby River ist. Ruby River. Ach so. Scout Camp. Da unten müssen wir hin. Das ist ja ne... Okay. Das ist ein ganz schöner Weg. Vielleicht, ähm... Hm. Geht vielleicht nur über den Cash hier. Dann müssen wir vielleicht hier zurück und dann nehmen wir das Macy. Na gut. Ich würde sagen, ähm... Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir werden jetzt schon wieder ein bisschen aufgenommen hier. Und, äh... Da der Weg ja ein bisschen weiter ist, denke ich, sparen wir uns ein bisschen mehr. Ist das für die nächste Folge? Vielleicht laufe ich auch schon mal ein bisschen vor oder sowas. Aber... Eigentlich sieht man ja immer was dazwischen. Deswegen... Ja, mach ich das, glaub ich, nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Wir waren beim letzten Mal dabei, uns hier in die Vapiti-Station zu begeben. Nur leider... Äh... War abgeschlossen. Wir kommen ja auch einfach nicht rein. Verdammte Scheiße. Wir kommen nicht rein. Und, äh... Wir sollen jetzt zu einer... Ranger-Station. Ne, zu einem Scout-Camp gehen. Hier ganz unten rechts. Dummerweise sind wir hier oben. Das heißt, wir haben ein bisschen Laufen jetzt vor uns. Vor allem in dieser Folge. Und ich habe mir gedacht, wir gehen wieder durch den Thunder Canyon. Dann hier zurück durch die Höhle. Und dann hier runter vielleicht durch dieses Medicine Wheel. Weil hier unten gibt es nämlich zumindest zwei Caches. Und da können wir mal vorbeigucken, ob wir da vielleicht noch was finden. So. Ähm... Ich hoffe, ich finde jetzt überhaupt den Weg zurück. Ach, jetzt der Stein wieder ganz. Ja, so ist das, wenn man speichert und wieder lädt. Dann ist irgendwie alles wieder in Ordnung. Hm. Ich weiß, hier gibt es irgendwo ein Easter Egg. Aber ich weiß nicht genau, wie man das aktiviert. Warte mal, vielleicht... Ne, können wir auch nicht... Irgendwo kann man gegen den Zaun donnern und dann fällt das Schild runter, habe ich gesehen. Ha! Tja. Aber eigentlich war das beim Tor. Ich habe es aber gerade getestet. Es hat nicht funktioniert. Naja. Äh, so. Wir beeilen uns jetzt auch mal ein bisschen. Oh, ich bin übrigens ein bisschen erkältet jetzt. Ich weiß nicht, warum ich immer im Sommer erkältet bin. Irgendwie passiert das immer wieder. So, hier waren nämlich auch die Steine. Oh, wir sind wieder bei einem Safe Point. Die können wir aber komischerweise nicht nehmen. Aber das hatte ich schon beim letzten Mal. Die kommen wir dummerweise auch nicht her. Das heißt, wir müssen... Hallo? Spiel? Das heißt, wir müssen hier diesen Weg zurückgehen. Äh, und hier ein bisschen klettern. Ich meine, ich auch schnell klettern. Wahrscheinlich nicht, ne. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir, glaube ich, hierher. Ja, genau. Hier war der Fluss. Hier ist ja Thunder Canyon. Den machen wir jetzt mal eben. Vielleicht können wir ja auch irgendwie was noch zwischendurch erfahren. Achso, hier müssen wir wieder hochklettern. So wird diese Folge dann doch irgendwie ein Walking-Simulator. Aber, so Walking-Simulatoren sind ja auch gar nicht schlecht, weil er dann immer Musik einsetzt gerade. Hallo? 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 Vielleicht ist das doch nicht der richtige Weg gewesen. Vielleicht hätten wir den anderen Weg gehen sollen. Oder ist das eigentlich ganz egal? Warte mal, wir konnten doch... Irgendwo kam man doch hier hoch. Irgendwo kam man doch hier hoch. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war hier hinten. Ein Stückchen ist es noch. War am Ende des Flusses. Wir müssen definitiv hierher gehen. Hey, ich hab' geholfen. Dinge sind normal mit allen anderen. Das ist mit der Seite etwas anderes passiert. Hat irgendwas ganz anders passiert auf deinem Ende? Nein, nichts wirklich. Nichts wirklich oder nichts? Nichts. Meine Tür war die letzte Nacht die letzte Nacht, aber das ist nicht ganz anders. Das klingt nicht wie nichts. Es ist nichts, ich versuche. All right, ich gehe nach dem Camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Ja? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground. Kind of like the one I use. Und? Do you think that maybe someone was, you know, uh... I don't know. What? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry. It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not. Okay, let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Hm. Warum ist die Dame denn so angepisst? Hat sie vielleicht doch irgendwas zu verbergen? Ich werde irgendwie mehr und mehr das Gefühl nicht los, dass sie mit drinsteckt in dieser ganzen Verschwörung. Hm. Dass sie vielleicht weiß, was das für eine Station ist. Ich meine, da war immer noch dieses zweite Gespräch mit irgendjemandem. Und da war sie auch wieder so zickig. Also immer, wenn wir sie irgendwie auf eine Verschwörung ansprechen wollen oder so, wird sie irgendwie ein bisschen zickig. Hm. Ich wette, da steckt mehr dahinter als gedacht. So. Mal eben gucken. Wir sind total verlaufen. Nee, wir sind auf dem Weg. So. Weg runter und dann irgendwie rechts und dann wieder links irgendwie zu diesem Medicine Wheel. Muss man doch da runter kommen. Wir versuchen es einfach mal. Äh, wie war das? Rechts und dann links? Und dann hierher. Weiter Sprung nach unten. Die Gegend kenne ich auf jeden Fall. Hier waren wir schon mal. Äh, ich bin mir nur gerade nicht sicher. Hier müssen wir noch drüber und dann müsste hier irgendwo der Cache gewesen sein. Hallo, Cache! Versorgungsbox. Ach, wir sind schon, wir sind schon fast beim Tower. Warte, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Wir hätten hier, wir hätten hier rechts gehen müssen. Hä? Oder so. Hä? Ja, doch, hier. Ähm. 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 Ähm, ja. Äh, doch wieder zurück. Vielleicht sollten wir mal den Kompass benutzen. Dann sollten wir mal so Richtung Westen gehen. Ach, wir können nicht rennen, wenn wir die Karte in der Hand haben. Na, zu schade. Okay. Ist der Weg? Und jetzt sollten wir rechts gehen. Oder uns rechts halten. Ja. Das müsste er sein. So, dann gleich links. Letztendlich. Ah, da ist der Cache. Äh, letztendlich ist die Welt irgendwie doch kleiner, als man denkt. So ein Stück geradeaus und dann links. Pack das mal weg hier. Den Rest sind wir schon alleine. Ah, hier. Genau, hier lang. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwin's. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian. Just how scared he would have been. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was three years ago. He's in high school now. He's on summer break. Suche den Kontrollierten. Achso, ja. Klar. Da oben steht noch mal unsere Mission. Ich war gerade nur etwas verwirrt. Aber jetzt müssten wir eigentlich auf dem Weg sein. Ich weiß nicht, was dieses Medicine Wheel ist. Ah. Was wird's wohl sein? Vielleicht irgendwas Indianisches oder so? Und die Musik setzt wieder ein. Es ist eine 3-hour-Detour auf dem Weg nach Hause in August. Neat. Ich gebe es in mind. Hm. Okay. Ähm. Dann schauen wir mal eben, ob wir jetzt wieder richtig sind. Sieht so aus. Einfach runter Richtung Cash. Wir müssten eigentlich direkt drauf zulaufen. Wenn ich das richtig sehe. Wohl das wieder der verbrannte Wand, äh, Wald irgendwie. Oder der kontrollierte Waldbrand, wie man das auch nennt. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on, that one was an honest accident. Oh, I'm not even in the mood for a wordplay. That's how wound up all this shit has me. Oh, this is aber wirklich angepisst. So, was finden wir denn hier? Just one stray match protect the forest. Okay. Wir holen mal die Karte. Zeichnen uns die Info ab. Zack, Karte aktualisiert. Und was haben wir denn hier? Wir haben hier das schöne Buch. Ich soll es nicht in den Dreck werfen. Dacht Frenzy. Deswegen lege ich es vorsichtig zurück in die Kiste. So, was haben wir noch hier? Dosen. Eiblinde Ratten. Three Blind Mice. Nee, haben wir nicht. Okay. Gucken wir mal. Es soll ein Tümpel sein. Das ist der komplette... Ach, da ist der Tümpel. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Da oben ist auch noch ein Cache. Das heißt, wir gehen jetzt einfach südlich. 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 Was ist denn das dann für ein C? Ach, der da. Nur mal eben gucken. Nur mal eben gucken, was da so ist. Blümchen auf jeden Fall. Irgendwas, was ich hier entdecke. Nee. Gehen wir weiter südlich. Ich bin aber auch gespannt, was uns erwartet. Äh, südlich. Wirklich, sagt der. Ist der da oben? Shia oder so? Oh, der Baum. Was denn? Der erinnert mich an Colat. So viel erinnert mich an Colat hier. Naja. Außer, dass hier Schnee fehlt. Und das Spiel generell viel, viel besser ist. Äh, ein Shia? Äh. Ist der Baum? Kann ich überhaupt irgendwie was machen? Ich glaube nicht. Hör. Okay. So. Big Tree. Check. Und da hinten muss der Tümpel sein. Und wenn wir jetzt gleich weiter links gehen, dann muss der Cache sein. Hier einmal rum. Irgendwo hier. Hier oben vielleicht. Warum sollte man hier ein Cache-in bauen? Noch ein Stückchen. Aber im Prinzip ist das richtig. Vielleicht doch einen weiter. Das sieht mir nach dem Weg aus. Was liegt da denn? Stumpf. Stumpf. Stampf. Da hinten ist er. Da führt auch wieder ein Weg her. Zick. Oh, eine weitere Note. Und erstmal die Karte abzeichnen. So. Genau dran. Hi Ron. Ich wünschte mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für'n Arsch sind. Meistens schreibe ich ja lieber. Aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Die versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich in Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich hier sagen soll. Aber ich habe bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich. Dave. Okay, die Note nehmen wir mit. Toilettenpapier. Nein. Wir könnten es nur untersuchen und abfallen lassen. Und neue Bücher. Sehr, sehr viele Bücher. Ich frage mich, wenn man alle Bücher aus dem Cache holt. Aus den Caches holt und in den Turm packt. Oder vielleicht auch mit dem Klopapier. Und dann das Klopapier irgendwie ins Klo wirft, was dann passiert. Das wäre so, das wäre so was, was mir irgendwie als Easter Egg einfallen würde. Aber ehrlich gesagt würde ich das jetzt nicht so probieren. Ist das Flapjackfeuer? Oh, das Flapjackfeuer geht nicht irgendwo, oder? Nein, das ist der Grund, warum die Leute rauskommen, um diese Linie zu verbrücken. Es ist in der Phase, wo wir alles, was wir tun können, ist, zu erinnahmen. Sie werden es nicht versuchen, es rauszuhalten? Nicht noch, wahrscheinlich. So, mal eben gucken, wie sich unsere Karte jetzt aktualisiert hat. Fire Break. Ruby River. Und hier ist der Weg zum Scout Camp. Weißt du, wir gehen jetzt noch mal zurück und dann links. Warum Skier und Schneemobile? Oh man. Also anscheinend haben die hier richtig, richtig übel Malparty gemacht. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Ah, yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork pond. There used to be a sign up for it, but, um, well, folks kept stealing it. Schmuddloch. Because it's called pork pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den or, you know, anywhere. Okay, es wurde tatsächlich geklaut. Ich verstehe. Ich hätte es auch mitgenommen. Nein, sowas mache ich natürlich nicht. Liebe Kinder, sowas machen wir nicht. Da ist ein Camp. Das sieht doch gut aus. Ich meine, eigentlich brauche ich gar nicht mehr auf die Karte gucken. Hawk Pond. Ähm, da ist definitiv das Camp. Eindeutiger geht es nicht. Sieht aus wie so ein Indianer-Camp. Also so ein Abenteuer-Camp hier. Okay. Hier geht es nicht weiter. The bridge to the camp is out. Damn. I'm going to walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Na toll. Aber hier wäre nicht der Zaun gebrochen, wenn man nicht hier hin sollte. Zum Beispiel hier hoch. Weiter Sprung nach unten. Wir können mal eben gucken, was noch so hier ist. Nein, irgendwas für ein Interesse. Äh, vielleicht. Ja, man könnte schon da hoch gehen. Da könnte sich ein Secret vielleicht verstöckeln. Oh, hier kommt man auch nicht her. Hier ist eine Wiese. In der Höhle. Äh, ne. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich ducken. Aber irgendwie liegt auf C diesmal was anderes in diesem Spiel. Komisch. Nicht ducken. Oh, das ist wohl das Feuer immer noch. Ja, ja. Schrill gemacht. So, da ist der hohe Place. Da gehen wir mal hin. Und an der Herzensprung ins Camp. Schade, ich habe ihn nicht gemeldet. Okay. Gucken wir mal eben am Eingang. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt zurück? Gehen wir jetzt rechts oder links rum? Eher rechts rum. Okay. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass hier überhaupt irgendwie was ist. Es sieht sehr verlassen aus. I'm at the camp. Great. Have a look around. If anyone's still there, they might be able to help. I'm gonna sound crazy. Maybe you just ask them to help you get inside the fence. If I didn't know it was out there, they probably don't either. This place looks dead, but I'll see what I can find. There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. I guess these little shelters are where they keep the Weeblos. For the past 35 years, yeah. You ever talk to any of the scouts? No. They haven't been out here in a while. And I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like a marching band? Oh, no, 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 no. Like comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. Hey, thanks to Brian, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. The what? No, you can't. Hey, plainer dragons armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. We're good. Okay, wir gucken erstmal, was hier steht. Hm. Ach, das hatten wir schon. Das ist die Vermisstenmeldung. Okay, wir nehmen sie einfach mal mit. Falls wir sie nicht schon haben. Wird sie irgendwas machen? Was müssen wir überhaupt suchen? Jemanden finden, der uns hilft, da rauszukommen. Weil wir können die Bärenfalle auch nicht mitnehmen. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Hm, okay. Da hinten geht's auch noch weiter. Vielleicht finden wir da irgendwas. Okay. Eine Nachricht. Na sowas. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. That say anything of note? Uh, next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Hm. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there. Let the mystery percolate. My mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. Uh, he was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that, that, that we don't know about. What are they researching? Äh. Uns? Mich? I mean, you and I aren't very interesting. I think they're studying me. Because of what happened to you before? Everything with Julia? Yeah. Maybe they're studying the effects of something like that? Grief? Grief when you have no other choice but to be alone with your thoughts? So they set up an entire site just for you? Maybe. Oof. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? I'm going to do a scan for supplies and then figure out a way to get back over that ravine and hike towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Hm. Ja, und jetzt? Und jetzt? Hm. Guck mal eben hier rein. Squad Group Grand Council... Dr. Simmons at Vitabi Station. Oh, schade. Der ist auf Englisch. Naja, er hat ja eigentlich übersetzt, was da drin steht. Wir nehmen das einfach mal mit. Ich erspare... euch das jetzt. Oh. Uh, I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Yeah. I'm out of here. Okay. Nehmen wir die Axt. Eine Axt sollte man immer gebrauchen. Super. Wie aktivieren wir die Axt? Ich weiß es nicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Vielleicht... Ach, vielleicht kommen wir da jetzt raus. Mit der Axt dann. Ich wüsste jetzt auch sonst keinen anderen Weg. Hm. Wir gucken mal. Versperrter Weg. Entfernen. Ach, sieh mal einer an. Da haut er einfach durch. So. Jetzt müssen wir wieder zurück zur Wabab-Wabab-Wabab-Station. Ach, guck mal. Jetzt können wir noch Bäume fällen hier. So, einen haben wir doch auch gefunden. Wir haben sich irgendwie noch nicht verlissen. Ich kann mich noch erinnern. Ähm. Oder springen? Komm. Ach so. Okay. Ähm. Vielleicht ist da ja ein Secret-Far- steckt oder so. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Ich meine, hier gab es so einige versperrte Wege. Ich bin gerade... Oh, ich habe jetzt eine Axt. Was kann ich mir damit tun? Ach so, jetzt sind wir wieder hier oben. Ah, wir kommen von hier. Okay. Vielleicht gibt es da nur noch einen anderen Weg zurück. Ja. Ja. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just... on my way back. In and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. Alright. So, tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Um, there isn't any way someone like Another Lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower. Shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Okay. Tag 77. Es wird so langsam mysteriös. Äh, da draußen ist jemand Mich hier raus holen, wo du kannst? Warum bist du so munter? Ja... Ja... Okay... Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, uh... No. You don't need to tell me. Just, um... Internalize it. It's a great tree. And there's an area called, um... That tree's name in your sector that... Maybe you should take a midday hike to. Maybe. Hm... Begiftig nach Cottonwood Creek. Okay... Jetzt hab ich's verpasst zu antworten. Nein! Aber hier gibt's Klopapier. Ich versuch mal eben was. Ich habe es sogar noch in der Hand. Okay. Ich bin gespannt. Wir gehen mal eben aufs Scheißhaus. Ich will das mal ausprobieren. Das Scheißhaus war nochmal... In welche Richtung? Da... Hm... Können wir irgendwann... Hey, da ist ein Baseball drin. Tzuh! Okay... Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich wollte eigentlich... Ach komm, ich schaust halt. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir müssen nach, äh... Cotton... Cotton... ... 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 Jetzt habe ich echt den Faden verloren. ... ... Gate. Fancy Lake. Da unten. Cottonwood Creek. Okay. Bei dem Baum. Alles klar. Da müssen wir also wieder zurück. Das heißt, wir gehen jetzt südlich von hier aus. Äh, südlich. Ja, das ist schon die richtige Richtung. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm, so. Jetzt mal die Karte weg und dann hier mal weitergehen. Ich bin ja echt schon gespannt. Also, so langsam wird es ja echt spannend. Also, hm. Was könnte jetzt wohl noch passieren? Ich meine, warum sollten wir überwacht werden? Ich kann mir da einfach keinen Reim drauf bilden. Ergibt irgendwie alles gar keinen Sinn so wirklich. Sind wir hier richtig? Sieht gut aus. Okay. Ist ein bisschen windig irgendwie. Das Flapjackfeuer ist noch immer da. Ach, der Cache. Genau. Ach, jetzt sind wir hier. Auf der anderen Seite vom Cache. So. Und noch ein letzter Spinn. Was erwartet uns wohl da? Vielleicht treffen wir sie. Vielleicht treffen wir sie. Habe ich da gerade was gehört im Busch? schon wieder was. Wir müssen, glaube ich, zu dem alten Baum. Ich höre es hier echt überall rascheln im Baum. Was ist eigentlich beim Baum sein? Was willst du uns sagen, Baum? Ist irgendwie auch unheimlich ohne Musik. Okay, wir sind da. Und jetzt? Hallo? Vielleicht müssen wir jetzt irgendwo ein bisschen hier rumgucken oder so. Weiß ja auch nicht. Oder vielleicht hier durchgehen. Gibt es vielleicht irgendeinen Hinweis? Habe ich irgendwas nicht gesehen? Wir gehen einfach mal ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ja weiter hier unten was. Ich sehe gar nichts. Ich höre immer noch was rascheln. Okay, wir sind da. Ich bin hier, in Cottonwood Creek. Du siehst die Cashbox da? Es muss hier irgendwo sein. Es ist. Find es und öffne es. Ich verändere den Code. Es ist 5678. Bist du mich schuldig? Ich war in einem Rutsch. Okay. Fünf, sechs, sieben, acht. Oh, hier ist das Funkgerät. Okay. Interessant. Ich habe es jetzt. Gut. Ich habe es all den Tag, dass du das Radio bekommen hast. Ich hielt zu einer Cashbox, lief zu einem Ranger, lief zu einem anderen Ranger. Und hoffentlich, du bist jetzt ein clean, untapptes Radio. Hoffentlich. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elks Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else and I'm done asking. Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River, and nothing like this has ever happened before. Spielt sich das nur in meinem Koffer? Okay. Jetzt wird's aber richtig spannend. Ähm, jetzt müssen wir noch den korrekten Weg finden. Hier müssen wir nämlich links gehen. Das hat mir schon fast gerecht. Uh, I just thought of something not, um, not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know. And I didn't. I, I, I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Ugh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Rechts, rechts gut. geht mal hier hoch. Dann müssen wir eigentlich zum Lake kommen. Und dann, äh, ach ja, hier waren ja die Mädels ursprünglich. Wird doch so langsam Abend. Das mich so ein bisschen verwirrt, dass jetzt überhaupt gar keine Musik mehr spielt. Das ist gerade sehr merkwürdig. Als ob irgendwas androht. Ich warte jetzt eigentlich fast schon auf einen Jumpscare, der irgendwo um die Ecke äh, lauert. Hoffen wir nicht, dass es so ist. Okay, hier mussten wir, glaube ich, her. Mussten wir hierher. Warte. Ähm, äh, ja. Ja, ja. Einfach hier drüber. Und dann hierher. Genau, das war der Weg. Und ich meine, ach, genau eine Karte. Ich meine, da gab es doch den Baum hier weiter oben, den man auch hätte fällen können. Mann, der wäre hier oben gewesen. Dann müssen wir jetzt hier runter. Ja, wir mussten hier runter. Die machen es aber auch spannend. So. Dann wird er hier hoch. Und hier war der Baum. So, das machen wir jetzt nämlich zuerst. Einfach, weil ich gucken will, was da ist. Vielleicht wird das auch unser Weg sein. Wer weiß. Aber ich glaube, ich glaube, da kommt man vielleicht, oder ist das einfach nur eine Abkürzung? Ach, genau. Okay, hier kommt man auf jeden Fall wieder zurück. Ah, okay. Das ist einfach eine Abkürzung. So dachte ich jedenfalls. Weil sonst sehe ich nämlich auch nichts. Okay. Oh, was nervt mich das, dass man hier nicht direkt, ja, jetzt geht's endlich. Dass man da nicht direkt auf den Baum kam und erst die Taste drücken muss. Okay, Zaun. Wir sind da. Wir werden jetzt den Zaun betreten. Und ich bin schon gespannt, was dahinter findet. Tor, mach Bekanntschaft mit der Axt. Ich bin busting die Gate down. Ich bin busting die Gate down. Es ist niemanden und es ist die quickeste Weg in. Copy that. Auf geht's. Ich smashed open die Gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay, dann. Nachforschung in Wappiti Meadow anstellen. Willkommen zu Wappiti. In Wappiti. Und die Musik ist mysteriös. Guck mal, gab's da hinten noch was? Guck mal, gucken. Jetzt haben wir auch schon fast Abend wieder hier. Ja, okay, dann ist nicht weiter. Alles klar. Irgendwie habe ich ja ein bisschen Angst. Jetzt wird es aber auch dunkel. Wir müssen fast nur die Taschenlampe wieder anmachen. Aber ich lasse lieber aus. Nicht, dass wir entdeckt werden oder so. Irgendwas auf der Karte sehen. Mit diesem Weg. Eine Fußstation oder sowas. Das wird so ein Hubschrauber. Einfach ins Turm. Es ist nicht möglich für Sie oder irgendwelche Lookout zu sehen. Hier ist ein sehr großer Tower. Ein Zelt. Sieht aber eher wie Ausgrabung aus. Wo ist denn jetzt Delilahs Turm? Der müsste doch eigentlich in nördlicher Richtung sein. Ich überlege nämlich gerade. Irgendwo in die Richtung. Da? Konnte sie wirklich die Station nicht sehen? Oh, es ist ein Mermaid. Ich bin in der Main Tent. Was ist es? Es ist definitiv eine Art Monitoring Station. Bei einem Finger. Händenwellen-Empfänger benutzen. Das ist doch ein Seismograph. Ein Lügendetektor. Äh, ich glaube nicht, dass die hier wirklich... schwarze Box. Subjects. Subjects. Okay. Are you shitting me? What? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments. About the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah. Okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Look, maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. If the grass is dry as hell here, it would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. I'm so fucking wound up. It's all right. I'm just going to hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Okay, I'm going to go back. Okay. What's have we here? It's Delilah. Delilah, ey. They're measuring the barometric pressure too. Why? Maybe it's just a diversion. This stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. Leave it behind. Yeah, I know, but you should see it. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking my, our, people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. The generator Wednesday and Sunday. Ha, der Hirsch. Klemmbrett. Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. You and me? Uh, yeah, definitely me. And I suppose you two. What about the other two? I have no idea. Maybe another couple that's out here? Do you have any ideas? It's just you and me, Henry. Yeah, I know. I really think you should just get out of there, okay? Get home and we'll regroup. Okay, let's read it a little bit later. Okay, let's read it a little bit later. Dafür, yeah, Wecker aus Gebiet Two Forks. Meinungsverhalten. Ilterne Daten konsultieren. Ich der Widers verlangen nach Beinschlafkonflikt mit anderen männlichen Personen. Unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme. Vielleicht beobachten sie Tiere, ich meine. Es ist ein Reh. Es ist ein verdammtes Reh. Vielleicht tracken sie Rehe. Ich glaube... Ich glaube, das ist... Nee, obwohl sie... We love Wyoming. Irgendwie glaube ich, dass das alles nur in unserem Kopf abspielt. Ich wundere woher sie sind. All of ihre Sachen ist hier. Figure out what that thing does, and then get the hell out. Just... Move it. Move it. Wait a minute, wait a minute. This place sleeps three. They've got a row of cots here. I want to know what that thing finds. Look, you should get out before they come back. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas zu entdecken? Anleitung für Wellenempfänger. Äh... With compass. Okay, any strong signal. Green light, leicht target, straight ahead. Distance light, strange of signal. Don't, source of signal, is covered. Okay. Wusterleder, gut, sieht schwer aus. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles gefunden hier. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ansonsten sollten wir uns vielleicht dann doch mal so langsam wieder auf den Weg zurück machen. Zumindest jetzt gespeichert. Warte mal, wir holen mal unseren... Eigentlich hat's doch gerade hier irgendwie gepiepst. Bin mir nicht sicher, was ich mit dem Teil machen muss. Vielleicht... Vielleicht... Öh... Rhein-Rain-Rain-Rain-Rain. Okay, ich glaube, hier gibt es sonst nichts mehr. Wir gehen einfach mal zurück. Mittlerweile ist schon Nacht. Ich denke mal, es ist keine schlechte Idee. Das ist eigentlich nur ein digitaler Kompass. Das muss ich jetzt mal ganz keck behaupten. Was ist denn unsere Aufgabe? Gehre zum Wachtturm zurück. Okay, machen wir das einfach mal. Am besten durch Thunder Canyon und durch die Höhle. Vielleicht kommen wir ja doch noch irgendwie in die Höhle rein. Zum Beispiel mit der Axt fällt mir gerade ein. Wirst du was? Machen wir mal eben. Hopp, hopp, hopp. Wir ignorieren es. Wir melden es. Wir nennen es einfach nur wie irgendein Feuer. Und was über die, die es angefangen hat? Was über sie? Die, die es angefangen hat? Ja. Wir sprechen über die Leute, die uns hier anschauen, die jetzt die Wurzeln und alles in uns verbrücken. Ich weiß nicht, was zu tun. Except, geh die Hölle raus. Ja, geh uns die Hölle raus. Ich werde. Okay. Tag 77. Tag 77. Was? Who is listening to us? Den Empfänger benutzen. Hier sind alle Nachrichten, die wir gefangen haben, äh, gefunden haben. Oh, die Krüte ist auch noch da. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal raus. Was? this receiver just picked something up? Uh, what? What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a fre- frequency? Ja, was könnte es sein? Ich weiß nicht. Du musst herausfinden. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg. Wisst ihr, was ich gerade aufgenommen habe? Nein. Ein 5. von Major Bueno Tequila aus der Krüge. Bist du trinkt? Nein! Ich bin trinkt! Gleich deine dumme Idee. Hey, Dee, ich will nicht deine Fiebe aber vielleicht, 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 das ist eine schlechte Idee. Henry, Henry, Henry... What? You're harsh in my vibe. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or, I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Yeah. He 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 he. He 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 he. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Voll wie ein Wellenempfänger. Und gerät aus. Okay. Aber eigentlich... Ich weiß nicht, ob es der richtige... Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ähm... Aber ich wollte nochmal eben zur Höhle zurück, um zu gucken, ob wir da vielleicht reinkommen mit der Axt. Kann ja nicht so schwer sein. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo die Höhle war Ich meine hier unten irgendwo Ich bin mir nicht sicher Vielleicht sollte ich mal auf die Karte gucken Bevor ich hier so rum irre Ähm Cave Sieht gut aus Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier war Sobald ich mich erinnern kann Und wenn wir da nicht reinkommen, dann bin ich echt sauer Aber vielleicht Wissen wir eh in die Richtung von dem Teil Dann haben wir das gleich mitgemacht Ich glaube, da ist sie Hier, da geht's rein War zur Höhle 452 Warum können wir denn jetzt die Axt nicht benutzen? Verdammte Okay, hier war das mit dem Schild Alles klar Ähm Da können wir also nicht raus Okay, dann holen wir jetzt mal unser Gibt's Ding Wir müssen auf jeden Fall südwestlich Südwestlich von hier Ähm Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht doch durch die Höhle gehen können Süden Wir sind da und es ist im Süden Es muss irgendwo hier sein Okay, das heißt wir gehen erstmal wieder zurück Zu unserem Tower Und dann wieder Richtung Wo das Skiding war Aber ehrlich gesagt Ich glaube nicht Ich glaube, dass es alles ein Missverständnis ist Das Spiel Das Spiel will einen Mindfuck mit uns machen Ich meine, warum sollten wir überwacht werden? Aber kann das was mit Tierüberwachung zu tun haben? Weiß nicht Vielleicht denke ich aber auch wieder zu gut Vielleicht denke ich, es kann nichts passieren Vielleicht Wie gehe ich mich in Sicherheit? In Wahrheit In Wahrheit hat das Spiel doch recht Und nutzt uns Und überwacht uns So denkt irgendwie jeder anders, wa? Ich meine, was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn? Wie kann es jetzt noch ausgehen? Ich meine, ich Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das Spiel noch geht Mit Westen Wir rennen einfach durch den Busch Wir kommen auf jeden Fall näher Wir kommen auf jeden Fall näher Lücke in den Busch Jetzt noch mal Rucksack Ach du Kacke Der Schlüssel Zum Höhle Okay D, I found some sort of supply bag Light camping gear Some clothes You know, basics But it was alarmed I think that's what was making the receiver go haywire You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine But there's There's also a set of keys here I don't know why they'd be hidden out here They say Shoshone National Forest Cave 452 Is that the one in the canyon? Yeah, it is Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, okay, let's just think Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly Maybe they're panicking and we're preparing to beat it The fire hasn't spooked and we have new walkie-talkies So we have the upper hand Yeah, well it's hard to feel like you have the upper hand When you're standing in the dark in the middle of the woods Oh, well you're back in your tower Maybe you need a drink too I'm not in my tower I am looking at a man standing in your lookout And it's not you? It is not me Oh my god, go I'm going Ich weiß nicht, ob ich wirklich zum Wachtturm zurückkehren sollte Ich weiß doch gerade nicht, ob ich hier richtig bin Ich glaube, ich gehe zur Höhle Ich gehe zum Wachtturm zurück Ich bin mir nicht sicher Nein Gehe ich jetzt in die Höhle oder gehe ich zum Wachtturm? Ich glaube, ich gehe in die Höhle Ich gehe erst in die Höhle Ich will es erst wissen Wir waren zwar gerade da Aber ich gehe nochmal Entschuldigung Wenn ich jetzt noch wüsste, wo es in die Höhle geht Ach, hinterm Plumpsklo Hinterm Plumpsklo, genau Okay Ist der Ball noch weg? Er ist weg Okay Okay Okay, wenn er nicht da ist, dann gehe ich vielleicht doch mal eben da hoch Zumindest wird jetzt gespeichert Gott, ich habe so Angst Dann ist er wirklich weg Bestgeklebter Walkman Okay It's a tape of us talking down at the site Sounds like it was recorded from somewhere nearby Oh Jesus Yeah And it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea No We are screwed No D, just don't freak out, okay? Don't freak out Oh my God What the fuck is happening, Henry? Wären wir vielleicht doch mal besser in die Höhle gegangen, was? What's wrong? Look out in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow Fire Um So I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know Or That I'm an arsonist Or That I'm fucking losing it Furthermore I bet you don't have the only tape of us from last night So Someone has evidence to back it up We need to find out what someone's been keeping in that cave I'm going down there now We don't have a lot of time left out here And if we don't find some fucking answers When they lift us out of here It's going to be in handcuffs We just We have to stick together Okay? Keep our story straight From the first day with those girls To the person breaking in on our conversation Everything We just We got to be honest and consistent Yeah I suppose you're right I know Okay Machen wir uns auf in die Höhle Und ich glaube Wir bewegen uns so langsam Richtung Finale Ich frage mich auch was passiert wäre Wenn wir jetzt direkt in die Höhle gegangen wären Quasi direkt Wenn ich direkt meiner Intuition gefolgt wäre Vielleicht wäre mir aber auch gar nichts passiert Ähm Warte mal Wo ist denn Ich hab immer noch keine Orientierung hier Ich muss erst das Scheißhaus finden Das Scheißhaus ist mein Orientierungspunkt Und nicht mal das finde ich Warte mal So Ich muss also Ich muss nördlich Okay Das Krieg ich noch hin Hier war doch nicht das Scheißhaus Äh Doch Das war hier Okay Ja alles klar Äh Weg mit der Karte Nein Weg mit der Karte Gut Den restlichen Weg Finde ich alleine Jetzt ärgere ich mich ein bisschen Ich meine Wir wären ja reingekommen Wir haben ja den Schlüssel Vielleicht hätte sie auch gesagt Dreh um Geh erst zurück Folge der Story Äh Spring hier runter Vielleicht finden wir aber auch gar nichts in der Höhle Vielleicht Vielleicht ist doch alles in unserem Kopf Ich kann jetzt nicht aufhören zu spielen Es ist einfach Es ist gerade zu spannend Hier You 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 didn't actually make that call Right? To the other lookout It just stuck in my craw I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me But now that I asked I kinda just wish I hadn't I don't even know how to call anyone other than you And please rest assured I would have found someone with a better sense of humor a long time ago Vielleicht sind wir aber auch Irgendwie Schizophren oder so Möglich wäre es Möglich wäre es Okay, wir sind also in der Höhle What the hell? Hat die eingesperrt? Ich finde einen Weg auszuholen Na toll Na toll Jesus This is a big cave Lose Felsen Lichtstrahlen Durchzwängen Ich bin mir nicht sicher Ob wir den tiefen Stallen abhanken Nein, sollen wir wahrscheinlich nicht runter Gehen wir mal hierher Kommt vielleicht doch noch ein bisschen Horror ins Game Ich meine, wir haben eine Taschenlampe Wir sind in einer Höhle Kann ja eigentlich nicht sogar schief gehen Äh, ja Das ist Sicher Okay, hat aber geklappt Da kommen wir also raus So, theoretisch Wenn wir klettern könnten Können wir aber nicht So gehen wir einfach weiter Ich frage mich Wo wir rauskommen werden Was wir hier drin finden werden Und wer uns überwacht Oder werden wir wirklich überwacht? Das hat mir die ganze Zeit im Kopf rum Wirklich glauben kann ich das Warum steht da ein Busch in der Höhle? Ach, wir kommen wieder raus Interessant Hier scheint aber ein Ausgang zu sein Ah Da ist Turm Okay, wir sind draußen Und wir sind jetzt wieder beim Telefonkabel Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet Because someone tried to trap me in there You saw someone? No, someone slammed the gate behind me And then ran away I found another way out But if I hadn't Jesus So, so you didn't find anything? No There's a spot where someone had sunk an anchor But the hardware's gone now I don't have any climbing equipment I just had my ropes I'm gonna hike back to two forks And see if I can find anything That could double as an anchor To use in the spot Well, that doesn't sound dangerous Okay Müssen wir also zurückgehen Tja Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht Dass wir nichts gefunden haben Was zum Versteck Delilah, I just found an outcropping That someone was using As a little fort I think it was Brian Goodwin Really? Yeah He built himself a real castle I found an old school folder Brian was a hell of a doodler Um, Brian was doing a science fair project about bouncing radio Waves off of a meteor shower Poor kid left his homework? Yeah He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait Are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying, I'm pretty, uh, you know, with it I'm a pretty bright bulb Yeah, Henry, you're a regular road scholar Nice Nehmen wir mal alles mit Bunch of rocks stacked up, you made a wall and a perimeter Oh, God Yeah, that's, that's perfect You know, maybe he made it because he was afraid of them Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get, I get sick to my stomach Yeah, uh, sorry It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here Well, maybe they were in a hurry when they left Like I said, he wasn't supposed to be out here Yeah I, uh, they almost got busted Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks I lied And just said it was Ned If I ratted him out, they would have been forced to leave and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was going to bring him back to Not that it ended up mattering He'd hide out here to read comics The Black Band, His Grief is His Enemy's Sorrow Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers Well, that's fucking dark We can't take it, unfortunately, we can't take it The thing is for you Uh, not yet, I don't know Dino! He was in the middle of really sprucing up the joint when they left There's a lot of stuff There's a lot of stuff Let's throw this in the middle of really a ranger Huh, Brian stole his dad's climbing gear His anchors That's convenient Yeah, it is I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it Huh, I hope it worked What an asshole Yeah Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned Wir gucken mal eben Mein Name ist Brian Goodwin In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben Würden Sie mir einen Gefallen tun, Sie mir per Post schicken Meine Anschrift lautet Huh? Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung Die fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert Aber ich will auf diesen Aufflug auch nicht mehr klettern Deshalb habe ich so getan, als ob ich Sie verloren hätte Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut Vielen Dank für Ihre Mühe Ein Bündelhaken Nice Oh, yeah Guck mal, fang mal mit Schema für UKW-Funkgerät There's a ham radio schematic here, something Brian was working on Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him You know, tinkering on stuff like that Lieber Mr. Zegler Ich bin mit deinem Dad im Land der Wyoming Es ist wirklich schön hier Dad war in einer Gegend namens Sins Canyon Angeln In Wyoming sieht fast alles überall so aus wie zu Hause in Nebraska Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden Können Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht Ihr Freund und Nachbar, Brian Goodwin Videospielgerät Na sowas Können wir sonst noch irgendwas melden? Ich glaube nicht Das Nest Gebt dich tiefer in die Höhle Okay Und wo kommen wir denn jetzt wieder hier hin? Da kommen wir jedenfalls nicht runter Gut, ich dachte schon, ich hätte das Secret gefunden Naja Okay, hier gibt es sonst gar nichts Hier geht einfach nur das Stromkabel Äh, das Telefonkabel her Ich glaube Können wir mal eben hier gucken Huch Hoho Okay Wo sind wir denn jetzt genau? Wo sind wir jetzt genau? Da sind wir Kids Hideout Hier können wir aber schon irgendwie einen Weg wieder da runter Ne, nur durch die Höhle Schauen wir mal, nur durch die Höhle Kann ich mir aber irgendwie schlecht vorstellen, dass der mal durch die Höhle gegangen ist Nur zu seinem Versteck Vielleicht gibt es hier doch noch was anderes Guck mal eben hier Ne, sieht nicht so aus Okay, gehen wir mal zurück in die Höhle Gucken mal, ob wir jetzt vielleicht Äh, ja, zurück in die Höhle Ist gar nicht so einfach, ne? Warte mal Da unten Ne Ähm Oben vielleicht Äh Kommt jetzt nicht mal wieder da rein Scheinbar nicht Scheinbar muss es doch irgendwie einen anderen Weg geben Wenn man was hier weiter geht Vielleicht doch da hinten her Spaltener Fels Achso Okay Ah Ah Verstehe 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 So sieht es also aus Dafür sind die Dinger gut Ah Okay Hätten wir nur ein bisschen mehr rumgucken müssen Dann hätten wir alles auch direkt gefunden So What do you think is in there? I don't know, really I mean, we gotta find out What do you think? Whatever it is They don't want you telling anyone about I mean, they closed the door When they could have just Bashed your head in with a rock Or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? A hatchet God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just I just want to know I want to know What is worth doing Everything that's been done to us Yeah, me too And Not going to jail would be a nice kicker Das müsste jetzt der Weg hier unten sein Dann kommen wir wieder in die Höhle Wenn wir jetzt dem Weg folgen Oh, äh, also Those girls turned up Looks like you didn't kill them Nobody did They took some farmer's tractor For a joyride down in Riverton And, äh, landed in jail I wonder if they know anything If there's some way to ask them About whatever happened at their camp I think we'd be smart To let sleeping dogs lie You're probably right Eigentlich gerade welchen Weg wir gehen müssen Das wäre der normale Weg Aber da oben ist noch ein versteckter Weg Vielleicht doch einfach nur eine Abkürzung Sieht so aus Da ist ein Cache Mir schon Müsste der Eingang ja Höhle sein, ja Ja, das war der erste Cache, den wir gefunden haben Was, der erste? Auf jeden Fall die Höhle Und die Frage ist, ob wir jetzt wieder hier Reinkommen Ein Glück hat er den Schlüssel mitgenommen Und das Schild liegt immer noch da Uh, okay Machen wir die Taschenlampe wieder an Und jetzt können wir hier Den Haken reinschlagen Ein Glück haben wir noch genug Seile Jetzt mal ehrlich Und sie gehörten ja auch Brian Aber was soll hier unten sein? Ich kann's mir einfach nicht vorstellen Vielleicht ist hier auch einfach nichts Vielleicht ist hier einfach Ende Irgendwie trau ich dem Ganzen noch nicht Das sieht ziemlich übel aus Das ist aber der einzige Weg raus Da runter Und wir gehen immer tiefer in die Höhle Welches Geheimnis wird sich hier verwirren? Wow Nicht cool Ah, Junge Ah, shit Nicht mehr viel von übergeblieben Das war die erste gruselige Szene Was gibt's noch hier? Lass die Höhle und melde die Leiche Also gibt es sonst nichts hier Versteh' ich nicht Irgendwas muss es doch noch geben hier Antworten Ein Licht? Aber auch hier nichts Von der Stille der Höhle Okay, da geht's zumindest wieder hoch Bin mir grad nicht sicher Ob wir tiefer reingehen Oder ob wir wirklich wieder rausgehen Boah, hier scheint's Hm Okay Sind wieder im Ausgang Versuchen wir mal zurück zu gehen Versuchen wir mal zurück zu gehen I've been sitting This entire time I'm almost always sitting What's What's wrong? The Only thing in the cave Was a body A body? God, what a mess Delilah It's Brian Goodwin Gotta be fucking kidding me How does that What? I don't How? Climbing, I think Or Made to look like a climbing accident Mm-hmm I think that's just What it was He was probably exploring the cave And maybe his rope gave out Whoever locked me in there Probably didn't even know about him I'm sorry Delilah I'm so sorry He'd be alive If I had told someone He was out here I don't know where he'd be But I can assure you It would not be rotting at the bottom of that cave Hei There's 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 nothing to say Hei back I think we're leaving tomorrow anyway Tag 79 Ich frage mich echt Ich frage mich echt Hacker deine Sachen ein Was wäre passiert Wenn wir andere Wege gegangen Wir haben wir andere Entscheidungen getroffen In dem Offenberg You see that plane Uh, no I was just busy packing up Well there's gonna be a lot more The service says this thing is Two percent contained Is this the flapjack fire Or the sight fire Or Well the two fires merged into One unmitigated disaster They're renaming it after my lookout You about packed up? Shouldn't we talk for a sec You know About things About what? We still don't know who was listening to us Who was following me around Who made that tape? Yeah All we have is the body of a dead boy Who did nothing wrong But maybe we can still find these people Look I think whoever is out there Caused the sight fire to cover their tracks And I'm almost certain That when I get off the helicopter I'm going to be let into a room And made to listen to a tape Of me saying we started it And we don't know shit What can I do? Well there's something for you to do Holy shit Holy crap Yeah Oh my god We don't know what it is It could be nothing Yeah it could also be Whoever was listening to us Who Whoever made the tape Okay Yeah Um Look You should pack up everything you need In case we get the call And you can't come back Alright look If something happens I'll remember you Am I walking into a trap right now? I hope not I would much rather remember you from a bar somewhere And not a jail cell Please find who made that tape Okay Also das letzte Mal die Rufe folgen Äh Haben wir jetzt alles eingesteckt hier? Dankeschön Jetzt wird's aber brenzlig hier Wir sollten also echt sehen Dass wir hier wegkommen Eher südlich ne? Nordwestlich Normalerweise bin ich ganz schlecht darin Sowas zu finden Aber eigentlich müssten wir Näher kommen Ich bin gespannt Ich hoffe nur wir rennen jetzt nicht direkt ans Feuer rein Also ich weiß irgendwie nicht was ich davon halten soll Und steht irgendwie so ein bisschen allein gelassen Überwachung Der Junge Und jetzt das letzte Signal Ich glaube dass wir wieder in eine In eine Sackgasse rennen Dass wir nichts finden werden Und ich habe mich Ich bin jetzt wirklich in einer Sackgasse glaube ich Ich weiß nur wo soll irgendwo hergehen Hier Wir rennen jetzt nicht direkt ins Feuer Oder in einem See Wahrscheinlich hätte ich eine viel kürzere Route wählen können Ja natürlich Natürlich Ich glaube ich habe mich total verlaufen Ich glaube ich habe mich total verlaufen Ach verdammt Ach komm gehen wir mal zurück Ich gucke nochmal eben Ja wir können nur zurück Wir müssen irgendwie Wir müssen irgendwie da zurück wieder Warte mal Das kommt weil man irgendwie nichts mehr sieht mittlerweile Vielleicht sollten wir doch die Karte aufhalten Okay hier geht es hoch Äh oder ein weiter Ein Stück weiter Wir gehen jetzt mal wieder zurück So Okay Schau hier allein in den Wald Achso Da Hier den Weg weiter Und dann vielleicht Mal weiter nördlich Mal weiter nördlich Mal weiter nördlich Gibt es da einen Weg? Nicht so Ach tut mir leid Das ist der Weg So jetzt aber Da müssen wir denke ich mal Gleich Richtung Westen Definitiv Richtung Westen Ja ich möchte gerne antworten I think I'm getting close All right Well I just got word That they are coming to get us My place You sound worried No it's It's just Brian I'll coordinate with the evac team And let you know When to head towards the tram It's north Far Past where you found That cutback in May There is an emergency tram out there That will let you hike to the rendezvous point At my lookout Wir sind ganz nah dran Das ist die Stelle wo wir die Mädels das erste Mal gesehen haben Am See quasi Warte was erwartet uns Henry Entspannt Oh my god Henry Ähm Halsband Wartungsgerät Rehe Hab ich doch gesagt Hab ich doch gesagt Ja hi Henry Hey you better find this before it burns up We've been causing each other a lot of headaches Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find You'll get it when you see it You can't blame me for keeping an eye on you Not after bumping into you back in May Down by the cave for crock's sake I've been up here for three years I kept it cozy Winners are harsh as hell And I ran out of books But I got that antenna rigged up and Delilah She's a She's a record you don't gotta flip I kinda get why Brian took to her About a week ago I stopped worrying about you finding anything out And That's right when everything went shithouse with you two You guys don't know anything about having kids Alright nobody knows Nothing It ain't Andy and Opie walking down the lake to fish every afternoon It ain't Mayberry But you gotta know I didn't kill him Alright we were climbing I was teaching him Brian was uneducated in the way to do anything He just Fucking didn't sink his anchor the right way You know I thought about going back Having to answer questions And having to get him put in the ground And I didn't see the point Don't come looking for me Sorry about your wife Okay Das erklärt zumindest die Überwachung Und alles Mit dem Tod von Brian und Ned Ein paar Jahre versteckte sich hier Wahnsinn Ganz schön verzwickt alles Und so ist doch alles relativ Ja erklärbar We found the surveillance operation Okay What does that mean? What is it? It was Ned Goodwin He was the one listening to us Just Him Ned Goodwin He made the tape? Yeah He's gone Deeper into the Shoshone He doesn't want anyone to know he's out here He Because he killed Brian Because he killed his fucking son You You Need to get back here They say the helicopters are making rounds Okay 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 Nördlich Wir müssen also irgendwie hier hoch Durch die Unvermöcke Evac Point So gibt's eben doch kein Geheimnis Keine Verschwörung Alles logisch erklärbar Ich weiß jetzt gerade nicht Ob ich ein bisschen davon enttäuscht bin Dass nichts gut finden soll Eigentlich mag ich es ja Wenn Alles sich nur im Kopf abspielt Ich glaube ich bin relativ Gelassen gewesen Visierte Luke Ich habe versucht hier nicht zu sehr von diesen Verfolgungswahn irgendwie Mitzuholen Interessant Ah jetzt ist er hier mitzuholen He held on to some of Brian's things His wizards and wyverns Yeah, well I'm sure he found it riveting He is the middle He God What? Nothing Just Some of Brian's stuff Nehm einfach alles mit Teenager Zeitschriften Da sind sie wieder Die Dangerous Hunks Alte Batterie Ein paar Vorräte Vorratsliste Winterneeds Reserve Winterjacke Drei neue Laken Streichholzschachteln Bücher Schreibmaschine Impfung zur Forschungseinrichtung Okay Okay He wrote down Everything he did to us Everything he did every day He was scared shitless Abgetippte Berichtsentwurf Zervatio 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 Er war Mh Fuck Mh Da ist genau das wieder drin Henry Wollen wir sonst noch was mitnehmen? Ich weiß gar nicht ob wir es überhaupt mitnehmen sollen Da liegt das Radio Ich weiß gar nicht this boombox looks familiar Ha Ja You should see some of the stuff he was working on I guess he had a lot of time on his hands Oh, ob die Batterie wohl lange hält? Vielleicht gar keine schlechte Idee, ich hätte mehr Fotos machen sollen. Vielleicht hätte ich Brian mal fotografieren sollen. Die ist ins Zimmer, hier sind ein paar Bücher. Er hat hier eine Radio-Base-Station. Er hörte uns darüber. Da können wir jetzt hier, glaube ich, auch nicht gucken. Okay, er hat uns beide gesehen. Können wir noch was anderes hier machen? Ich glaube, sonst können wir hier nichts mehr machen. Er antwortet auch gar nicht mehr. Okay, ich glaube, mehr gibt es hier jetzt nichts. Wir gehen hier raus. Hier, glaube ich. Wir zurück. Das wäre dann, glaube ich, der andere Weg. Ich schätze, wir kommen von hier dann zum Evakuierungspunkt. Wenn wir es dann richtig anstellen. Öh. Scheinbar wieder nicht. Ich frage jetzt, ob wir jetzt hier wieder zurück müssen oder ob es einen anderen Weg gibt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier, wo? Guck mal, ne. Da sind wir hergekommen. Da war die Höhle. Ich glaube, wir sollten nur die Höhle hier finden. Dann kommen wir hier vielleicht noch runter. Jetzt vielleicht eine Abkürzung. Büllhaufen. Hm. Kann ich da stehen. Und hier kommt man nicht weiter. Können wir mal umgucken. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück durch die, durch den Canyon. Und sollten dann eigentlich zum Versorgungspunkt, beziehungsweise, ja, hier rauskommen. Ich muss gleich nochmal auf die Karte gucken. Aber ich denke schon, dass der Weg dann auch hierher geht. Irgendwie. Also hier vorbei. Wieder am See vorbei quasi. Hier, wir gehen einfach durch Thunder Canyon. Das sollte eigentlich das Problem lösen. Vielleicht kommt man hier auch her. Das ist eine kleine Abkürzung. Oder nicht. Nee, keine Abkürzung. Keine Abkürzung. Nein. Ich dachte wir hängen. Okay. Schafft. So, hier war das. Ursprüngliche Lagerfeuer. Glaub ich wieder. Ja. Wir kommen von aus zum See. Ich weiß, ich sollte mich nicht zufrieden sein. Ich bin ein Mensch. 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 Ich verstehe. Irgendwie. Ich hab das nicht zufrieden. zu sagen, die Wahrheit zu sagen, und ihn zu Hause bringen. Ich kann nicht mehr Gedanken über das. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast es selbst gesagt. Es war Ned's job, um ihn nachzudenken. Ja, ich habe es. Und jetzt muss ich entscheiden, ob ich die Leute sagen, dass er da unten ist, damit sie den Körper entfernen können oder nicht. Und wenn ich das mache, werde ich über Ned Goodwin gefragt werden. Oh, fuck. Ist das ein Helikopter? Ja, hold on. Hey! No, da ist noch eine andere. Ja, hier, ja. Ja, er kommt. Okay, uh, ein second. Hey, sie sind hier, aber sie machen rounds. Sie werden zurück. Um, ich denke, ich werde mit ihm gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja? Es ist gefährlich hier, und wenn etwas passiert, dann würde ich es auf mich sein. Ja, du bist. Ja, du bist. Das ist okay? Ich sagte es. All right, ich sollte gehen. Tja, hätte ich vielleicht auf sie warten sollen, wenn sie sagen müssen, warte. Aber irgendwie habe ich jetzt gedacht, es ist wichtiger, dass sie eh schon ein bisschen ist. Jetzt haben wir eben noch den Weg vor uns, den Weg zurück. Und ich hoffe echt, dass uns jetzt nicht noch was passiert oder so. Das wäre nicht so schön. Ja. Aber jetzt einfach nur hier rausgehen und Ende wäre irgendwie auch ein bisschen komisch. So, einfach nur nach oben. Ja, einfach nur nach oben. Einfach nur nach Norden. Sofern wir mal auf die hinkommen. Ich denke schon. Aber tatsächlich konnte man jetzt das ganze Gebiet erkunden. Okay, wir müssen einfach in die Richtung. Zu die. Die Leila. Irgendseiten. Tja, habe ich meine Aufgabe als Brandwächter ja nicht so gut gemacht. Und die Musik beginnt wieder. Hä? Tja, 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 tja. So langsam sieht man auch nichts mehr. Ist ja hier vielleicht abgestürzt. War da vielleicht die Höhle? Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja Er hat ja eine Zeichnung, wo er versucht hat, den Rucksack wieder zu holen. Ist das vielleicht hier? Glauben schon. War irgendwie ein bisschen dämlich. Ja, hier hängt der Rucksack. Okay. So ergibt alles irgendwie Sinn. Also man weiß, dass es keine weiteren Geheimnisse gibt. Tja. Aber ich frage mich echt, was passiert wäre, wenn man die anderen Dinge gewählt hätte. So viele Fragen. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Ah, hier ist die Seilbinde. Wollen wir damit wirklich weg? Okay, sie ist schon ausgeflogen. Wenn wir jetzt da runter stürzen, das wäre fatal. Und wir sind dann hier im Tunnel. Und wir sind allein. Vielleicht hätte ich doch sagen müssen, sie sollte warten. Oh, sie hat auch ein Plumpsklo. Nice. Have a good time. Ah, humorartige Dame. Und ein Blümchen hier stehen. Äh. Ähm. Steht irgendwie. Komisches Flugzeug. Okay. 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 We're going to turn aину. Okay. Okay. Stop. I... We're seeing's gambit. Wo hat sie denn alles hier gelassen? Holzwarträtsel, definitiv. Horace Burns, wie ein Dickit. In ein Funkgerät. Hi, ja, es ist mir. Ich bin zurück in der Staging-Area, neben der Trailhead. Ich sehe deinen Truck. Red, Colorado Plates. Ja. Es ist ein Schuss. Na ja. Ich denke, dass da ein Raccoon drin ist. Er ist sicher, dass er komfort ist, ich glaube. Es sollte nicht lange dauern, dass der Helikopter dich zu erreichen. Okay. Es ist ein Debrief in einer Situation wie diese. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an Old Lookout, killed his only son, and decided to become a Lonely Hermit. Yes. And we prevented... ...one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah. Me neither. I don't know what's next. Tell you what. Why don't you choose for me, and I'll choose for you. No. All right. Sure. Um, maybe... Maybe you could come back to Boulder with me, and figure it out down there. Um... Just... Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia. And then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I, um... Yeah. You gotta go see her. Would you? Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. She won't even recognize me, Delilah. You're not just going for her. You don't know what it's like. Bad things happen, okay? And you have to... You have to find a way to contain the damage. A good way. Well, hopefully I can figure out a way to do that. Yeah, I hope so. God, this got dark. Oh shit. Sorry. There's the helicopter. Good. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. You keep it for yourself. Bye, Hank. Okay. Okay, das war's also. Aber, schön, dass sie den Pork Pound, das Pork Pound Schild mitgenommen hat. Und sie sagt nur so, warum machen Leute das? So ungefähr. Okay. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr zu entdecken. Lüste. Ich glaube, das Spiel hat noch sehr viel mehr in sich versteckt, als was wir jetzt hier gesehen haben. Vielleicht... ...muss man es einfach nochmal durchspielen. Vielleicht müsst ihr es noch durchspielen. Vielleicht so beschleifend, wenn wir auch anders sind. Vielleicht ist alles irgendwie ein bisschen anders. Mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und die Welt zu erbunden. Ja und dann stelle ich in die Kymothea, und das Mystery wir müssen immer wieder. Obwohl ich immer versucht habe, mich von diesem Mysteriösen irgendwie zu fragen, die Proguste dabei auf die Vieses, so was es auch wäre. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Das bleibt nochmal dort, um mehr etwas zu sagen. Ich denke, es ist jetzt endlich. Und deswegen sage ich schonmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das ist ein Let's Play, das ist das Spiel im Allland, das ist da noch die Technik drauf und ich bin jetzt mal selber und lasse mich wissen, was auch die Veränderung wird, die auch hier entschieden haben. Und das würde mich da mal interessieren, wenn ich vielleicht was anderes entdeckt habe. Tja, ich werde jetzt zu diesem netten Rettungs-Helikopter-Haus spielen, der mich schon anreicht und immer hier einstrengen. Vielen Dank für's Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wenn's mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.